Wir sitzen hier in Ulm, haben uns getroffen, schon gestern Abend und wollen das ganze Wochenende nutzen. Zum einen, um uns über Berlin zu unterhalten, was da gelaufen ist, was wir da erlebt haben und wie wir auch in der Richtung uns weiter positionieren wollen. Aber vor allem natürlich auch, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten mit der Basis weitergehen soll, was wir für Projekte planen, was wichtig ist, damit es vorangeht. Und haben uns aber jetzt für heute Abend eigentlich ganz bewusst gedacht, dass wir einen relativ offenen Ablauf haben wollen. Weil in erster Linie wollen wir uns natürlich mit euch unterhalten, hören, was euch bewegt, was ihr für Ideen habt, was ihr für Kritik habt, was wir verbessern können, was ihr für Vorschläge habt. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck und dass man sich einfach auch mal ein bisschen kennenlernt. Und jetzt übergebe ich mal an Henning, der hier die Technik auch macht. Damit wir so ein bisschen, ja, den Abend mal beginnen können. Ja, hallo auch von mir. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde durch uns kurz machen, für die, die uns nicht genau kennen oder nicht persönlich kennen. Dann, ja, Alke, gleich mal anfangen. Ich komme mal hier vor, dann könnt ihr mich besser hören und sehen. Ja, ich bin Alke, ich bin im Vorstand für die Freiheit, bin 42 Jahre alt, habe drei Kinder, bin teilweise alleinerziehend. Und, ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was alles bisher so passiert ist. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Schön, außerdem so viele Gesichter zu sehen, von denen, wo man, ja, vorher teilweise nur die Narben kannte. Super, ich freue mich auf eine schöne Runde heute Abend. Ja, hallo, ich bin die Romy, bin so ein Beauftragter für die Achtsamkeit. Und ich freue mich total, weil das ist echt die coole Runde. Das ist so ein bisschen wie so ein kleines Familientreffen und euch auch mal so ein bisschen in 2D, 3D zu sehen. Ja, das wird, denke ich mal, ein wundervoller Abend. Nochmal einen schönen guten Abend, bin der Frank. Ich habe Zwillinge, die dieses Jahr 18 Jahre alt werden. Also ich bin da aus dem Kürzen raus und kann mich eben auch um so Dinge wie die Basis kümmern und mich da einbringen. Ist, glaube ich, für uns alle ein Herzensanliegen. Und ja, die letzten zwei Monate, wir sind ja fast genau zwei Monate alt heute. Man könnte also fast von einem kleinen Monatsgeburtstag sprechen, zumindestens gestern war das zweite Monat voll. Also wir sind natürlich noch relativ jung, aber es geht ganz gut voran. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, dass auch der Landesverband Schleswig-Holstein vor kurzem gekündigt hat, was uns sehr freut. Ganz herzliche Grüße auch dahin. Eine ganz tolle Sache. Und ja, wir arbeiten weiter. Die nächsten Landesverbände werden auch bald gegründet. Also da passiert relativ viel. Aber jetzt gebe ich mal weiter an Carsten. Ja, ich bin Carsten. Guten Tag, allesamt. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin der Säulenbeauftragte für die Schwarmintelligenz. Ich nehme meine Sache eigentlich ziemlich ernst. Ich baue Strukturen, schon beruflich. Also ich bin Entwickler für Software und da habe ich sehr viel mit Strukturen zu tun. Und daher liegt mir das eigentlich auch, mich um diese Dinge zu kümmern. Und ja, jedenfalls herzlich willkommen an alle. Und ich gebe es jetzt mal weiter. Hallo, ich bin Milla. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin für die Machtbegrenzung, die Säule der Machtbegrenzung zuständig. Genau. Ich habe drei Kinder und ihr seid mich alle besuchen gekommen. Ja, wunderbar. Dann würde ich kurz die Editha hätten noch was zu sagen. Mal sehen, ob die Stimmaufhebung funktioniert. Ja, ich bin Editha. Ich bin in Vellberg geblieben, in Nordrhein-Westfalen. Ich bin die stellvertretende Staatsmeisterin. Ja, ich bin auch mal gespannt, was heute Abend passiert. Ja, danke Dieter. Ich bin Henning, stellvertretender Vorsitzender, Rechtsanwalt. Ja, habe zwei Kindergarten-Kids. Und deswegen nicht ganz so viel Zeit, aber es muss eben sein, was wichtig ist. Wir würden euch bitten, heute, wenn ihr was sagen wollt, euch virtuell die Hand zu heben mit der blauen Hand. Wer es noch nicht weiß, das geht, indem man unten auf Teilnehmerliste klickt. Im Zweifel nochmal auf Check ticken. Und dann gibt es rechts die Option Hand heben. Zwischen einladen, Stummschalten, Hand heben. Und das auch bitte klicken, dass wir die Reihenfolge sehen können. Wer es partout nicht hingeht, kann versuchen, sich in echt zu melden. Das könnte aber sein, dass er dann übersehen wird. Also wer was sagen will, da ruhig aufrecht die Hand heben. Genau, wir würden nochmal darauf hinweisen, dass wir das Zoom-Mitting heute aufnehmen. Wer also nicht gefilmt werden will, sein Video deaktivieren und den Namen anonymisieren. Genau. Ja, so viel dazu. Und jetzt würden wir gerne ruhig eine erste Wortmeldungsrunde machen. Wer Fragen hat, Anregungen aktuelles, kann sich jetzt gerne melden und Fragen stellen. Danach haben wir so ein paar Punkte, die wir durchgehen. Aber das soll erstmal nicht unser Schwerpunkt sein, sondern erstmal zu hören, was ihr für Fragen habt, was ihr jetzt nach dem letzten Wochenende euch auf dem Herzen bringt. Ja, also freiwillig vor und ruhig die Wortmeldung benutzen. Und wer nicht redet, bitte Stummschalten, damit es kein Chaos gibt. Ja, Martin. Genau, dann fange ich mal an. Also ich bin jetzt noch relativ neu jetzt hier in der Partei dabei. Ich habe so eine Anfängerfrage, nämlich meine Frage ist, welche Rolle spielt Ralf Ludwig in der Partei? Gute Frage, nächste Frage. Nein, Spaß beiseite. Ja, gute Frage. Er war bei der Gründung mit dabei und er hat die Gründung auch mit initiiert. Er ist aber noch Vorstandsmitglied im Widerstand 2020. Ist deswegen hier bei uns in der Partei noch nicht tätig, damit er da nicht in Interessenkonflikt gerät. Aber er unterstützt uns und hat auch mehrfach angekündigt, dass man plant, dass Widerstand 2020 mit uns fusioniert. Ja, und derzeit ist er sicherlich mit Klagepartnern und anderen Initiativen recht ausgelastet. Aber alles weiter muss man ihm persönlich fragen. Das können wir nicht sagen. Okay. Ich habe noch mehr Fragen. Kann ich die gleich loswerden? Oder nehmen wir mal das? Mach schnell noch eine oder so und dann kommt der Nächste. Genau, also ich habe jetzt mal bei WeChange reingeguckt und bin total überfordert. Also ich würde mich schon irgendwie gern einbringen, aber ich habe keinen Plan, wie und gibt es irgendwie eine Einführung oder irgendwie ein Onboarding für das WeChange? Und was wird auf Landesebene, was wird auf Bundesebene entschieden? Also da bin ich gerade ein bisschen mit ganz vielen Fragezeichen unterwegs. Ja, darf ich fragen, aus welchem Bundesland du bist? Aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg. Da gibt es natürlich schon eine relativ aktive Gruppe. Da würde ich dich fast bitten, dass du, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich am besten, wenn du, wenn es dir irgendwie möglich ist, dass ihr euch vor allem erstmal analog kennenlernt. Wenn du nur, ich sage mal, dich im digitalen Raum bewegst und die Menschen nicht kennenlernst und da auch, weil du einen persönlichen Kontakt hast, Baden-Württemberg wird übrigens auch relativ bald Zeiten an Gründen. Also von dem her wäre es sinnvoll, dass du da Kontakt aufnimmst, dass du eben auch vielleicht im Vorfeld dich da einbringen kannst und auch bei der Gründung mit dabei bist. Und dir da Gedanken machst, dass es eigentlich momentan ist für Baden-Württemberg, das hauptsächliche Thema, den Landesverband da in Form zu gießen sozusagen und zu gründen. Und wenn du uns schreibst, dann können wir gerne den Kontakt herstellen. Okay, alles klar. Danke. Ja, dann bitte Fabian Braun. Moment. Ja, hallo. Ja, ich würde eigentlich gerne gleich eine Frage anschließen wegen Widerstand 2020. Also es wurde gesagt, dass sie aufgelöst, also eigentlich aufgelöst werden soll und da frage ich mich, was ist da, also wisst ihr, was da jetzt konkret das Problem ist, warum diese Partei nicht aufgelöst werden kann? Das war doch eigentlich so der Plan, dass Ralf das abwickelt und dann direkt zu uns stößt. Also jetzt höre ich was von Fusion und so weiter, aber verstehe ich noch nicht ganz. Ja, das kann ich beantworten. Das ist eine parteienrechtliche Frage. Und zwar, um eine Partei aufzulösen, braucht man auch einen Bundesparteitag. Und da muss mit einer, je nachdem, was die Satzung vorstellt, regelmäßig eine Dreiviertelmehrheit oder Zweidrittelmehrheit die Auflösung beschlossen werden. Regelmäßig ist aber dieselbe Mehrheit auch für eine Fusion denkbar. Also man kann statt der Auflösung könnte man auch eine Fusion beschließen. Und das ist jetzt wohl angedacht, aber das ist noch nicht im Weiteren, da geht es noch nicht weiter. Also derzeit passiert Widerstand 2020 relativ wenig. Ist ja kein Geheimnis, das zu sagen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar habe ich das jetzt so mitbekommen, dass das jetzt sich stark darauf konzentriert wird, diese Landesverbände zu gründen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das eine rechtliche Komponente hat in Bezug auf die Handlungsfähigkeit der Partei. Ob es jetzt vorgeschrieben ist, dass es Landesverbände geben muss in allen Ländern. Also für die Bundestagswahl jetzt vor allen Dingen auch im nächsten Jahr. Also mich hatte das, ich wollte sagen, darauf hinaus, dass mich das ein bisschen überrascht hat. Weil ich dachte, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, jetzt sozusagen gemeinsam auf Bundesebene sozusagen erstmal so ein Rahmenprogramm zu geben. Und dass man dann eher so diese regionalen Themen dann in den Landesverbänden sozusagen angeht. Weil letztendlich, wenn es sich um Sachen handelt, die uns alle betreffen, dann ist es doch sinnvoller, gleich miteinander zu reden. Und da sozusagen auch die ganze Manpower beziehungsweise zusammenzubringen, um da jetzt wirklich super Vorschläge zu generieren. Und auf Bundesebene habe ich da jetzt so, außer dass wir das Forum haben, sehe ich da wenig Kommunikation und wenig Austausch. Da sind vielleicht fünf Leute im Forum, die sich da aktiv beteiligen. Gibt es da irgendwie jetzt schon Ideen, wie man das ein bisschen bilden kann? Oder ist das gar nicht angedacht, sondern nur in den Landesverbänden? Fabian, wenn ich dir da kurz darauf antworten darf, also einer der Hauptzwecke natürlich auch, wo wir jetzt die Basis gegründet haben, war ja, dass wir für die Bundestagswahl 2021, wenn sie denn dann hoffentlich im September stattfindet, daran teilnehmen wollen. Nun ist es aber so, dass, um da erfolgreich teilnehmen zu können, eigentlich, wenn es geht, möglichst allen Bundesländern Landesverbände vorhanden sein müssen, weil nämlich die Kandidatenlisten in den Landesverbänden aufgestellt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich wir uns ja Basisdemokratische Partei nennen und wo findet Politik statt, so wie wir uns das vorstellen, natürlich in den Kreisverbänden. Dass sich die Gruppen vor Ort zusammenfinden, dort auch Arbeitsgruppen bilden, zumindestens mal auf Landesverbandebene, aber vielleicht auch noch in den weiter unteren Ebenen, weil da sind die Menschen und die können sich über ihre Probleme unterhalten und sagen, was sie bewegt und was sie verändern wollen. Und das ist, wenn wir das jetzt vom Bund aus organisieren würden, eigentlich ist auch der Vorstand gar nicht so aufgestellt, jetzt das so zu machen, sondern wir haben uns als erstes mal verstanden, dass wir die Struktur von der Partei quasi aufbauen und letztlich die Politik aber von der Basis kommt. Und die Basis sind halt nun mal in den Ländern. Und wenn wir jetzt kleine Arbeitsgruppen oder auch größere Arbeitsgruppen auf Bundesebene machen, dann ist das ja eher wieder was, was von oben, sage ich jetzt mal, kommt und dann quasi, ja, ein bisschen zentralisiert abläuft. Und wir stellen uns das eben vor, dass es eben durchaus auch regional sein darf, weil vielleicht, ich sage jetzt mal, der Fischer aus Schleswig-Holstein vielleicht ein anderes Problem hat, als wie der Landwirt aus Bayern. Und auch in ganz anderer Sichtweise, in anderer Art und Weise an die Probleme ranzugehen. Und deswegen finden wir es ganz gut, eigentlich das über die Landesverbände zu machen. Deswegen der Ansatz. Ja, also da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Ich meinte jetzt nicht, dass die Regionalen sozusagen von oben dirigiert werden. Das möchte ich auch auf keinen Fall. Sondern es ging eher darum, dass wir ja Themen haben, die uns alle betreffen. Also zum Beispiel jetzt Impfpflicht oder eben die Abschaffung der Maskenpflicht und so weiter. Und dass jetzt die Leute, wenn sie im Kreisverband ist, also zumal jetzt ja sowieso noch nicht überall Kreisverbände gegründet wurden. Also das würde ja erst richtig funktionieren, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in jedem Bundesland 10% oder sowas hätten. Dann hätten wir genug Manpower oder was auch immer in diesen Kreisverbänden. Aber solange das noch nicht ist, wäre es doch schön, wenn jetzt auch jemand, der im Kreisverband ist, wo es noch nicht so viele sind. Also ich spreche jetzt konkret zum Beispiel von Thüringen. Da sind jetzt noch nicht so viele dabei. Ich würde mich aber beispielsweise eben super gern einbringen. Und das ist aber gar nicht möglich, weil diese Strukturen noch gar nicht da sind, um das dann sozusagen überhaupt erst mal nach oben zu bringen. Und da wäre es doch eigentlich schöner, wenn es auf Bundesebene eine Basisdemokratisch organisiert eine Gruppe, also Arbeitsgruppen gäbe, wo sich wirklich jeder unabhängig von den Grenzen einbringen könnte und dann da schon mal was entwickelt. Also letztendlich wird ja sowieso alles von allen Mitgliedern abgestimmt oder konsensiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da spielt es ja dann gar nicht so eine große Rolle, von wo aus dieser Vorschlag kommt. Hauptsache alle haben die Möglichkeit, da mit zu bewirken, oder? Ja, genau. Ich würde da mal kurz darauf antworten. Fabian, schön, dass du aus Thüringen da bist. Freut mich sehr. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, das ist ein Nachbar-Bundesland. Ja, also wir haben ja diese letzte Acceptify-Abstimmung gehabt, um genau zu erfahren, was wollen alle am meisten. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zurück. Und das soll natürlich weiterhin so gehandhabt werden. Genauso sollen sich unbedingt, also im Forum, Arbeitsgruppen bilden, die überregional sind. Also dass die Kinder sich austauschen oder die, die sich für Bildung interessieren und so. Und das werden wir Stück für Stück verbessern, dass wir dann eben bundesweit Abstimmungen machen können und wissen, was wir alle wollen. Also danke, dass du diesen Aspekt eingebracht hast. Das ist ja richtig. Das sind diese zwei Aspekte. Einmal das Regionale vor Ort in den Kreisverbänden, was sehr, sehr wichtig ist. Und was die Mitglieder auch aktiv hält, weil man untereinander was macht und die Menschen mitnimmt, die vor Ort sind. Und auf der anderen Seite eben merkt, man kann überregional was machen. Und da zählt dann die Masse überall. Und da ist es dann, umso mehr Leute mitmachen, desto genauer sind die Abstimmungen in unsere Richtung, wie wir sie haben wollen. Ja, wenn ich nochmal ergänze, das ist tatsächlich auch ein Problemfeld noch, weil es bei uns da auf der Bundesebene mit der Koordination der AGs hapert und nicht relativ klar übersichtlich ist, welche AGs auf Bundesebene es tatsächlich gibt. Aber das ist ein Punkt, den wir für die nächste Zeit auch nochmal im Fokus haben, dass es da eine Koordinierungsstelle gibt, die sagen, wo man nur einfach fragen kann, wo gibt es eine AG dazu und so weiter. Und die entsprechend weiterleitet oder sagen kann, nee, gibt es nicht, bitte gründ doch eine. Aber da sind auch, wie gesagt, jeder in den Ländern aufgerufen, selber erstmal die AGs zu gründen. Die können ruhig schon auf sich im Land oder Treffen vor Ort treffen oder online und dann schauen, wo es die Bundes-AG gibt in Kürze. Und grundsätzlich, wenn es noch keine gibt, dann selber gründen, dann ist man eben die Bundes-AG. Ja, noch weitere Fragen? Ja, Cola, den melde ich mal bitte nochmal kurz. Das ist mir jetzt gerade davon gedüdelt. So ist Henning übrigens, der düdelt dann irgendwas da. Oder er löscht das Internet. Ja, oder er löscht das Internet. So Cola, jetzt bist du aber dran und darfst deine Fragen stellen. Klingelingeling, hört mich jemand? Ja, ja, wir hören dich. Wir sehen dich auch. Weil dann lege ich das Ding wieder auf den Tisch. Moin, moin Norman. Hört man mich? Ja, Cola, wir hören dich. Red, los geht's. Ja, wie weit ist die Bundes-IT mit dem Wiki? Da müssten wir die Frage weitergeben, aber noch nicht so weit, weil derzeit der Schwerpunkt auf der Mitgliedersoftware liegt und auf den Servern, die gerade in der Finanzierung oder in der Fertigstellung stellen oder Vorbereitung der Finanzierung, wie auch immer das nennen. Ja, also deswegen beim Wiki sind wir tatsächlich noch gar nicht weit, ist die Antwort. Dann hätte sich das mit den Arbeitsgemeinschaften nämlich erledigt, das machen die alles alleine in der Basisdemokratie. Die tragen das ins Wiki ein und alle sehen das. Genau, und da das Wiki noch nicht da ist, können wir darüber noch nichts machen. Ich würde vorschlagen, dass man da ein wenig versucht, etwas schneller zu werden. Das macht vieles leichter. Ja, sicherlich ein guter Vorschlag. Ja, super. So, dann Jens Hübner bitte. Moment, es dauert eine Sekunde, jetzt. Nein, jetzt noch nicht. Aufheben, ja. Manchmal darf ich es so verzögern. Wo gehst du denn immer hin? Ich drück schon, es verzögert sich. So, jetzt. So, jetzt müsste es gehen. Ja, ich glaube, hört ihr mich? Ja. Schönen guten Abend. Und ja, Jens aus Berlin. Ich habe eine Frage, und zwar hatte ich das schon auf dem Landesverbandstreffen in Berlin, diese Befürchtung oder das schlechte Gefühl, was die schwarz-weiß-roten Fahnen angeht und wie man sich dazu verhält. Und es ist ja jetzt sehr offensichtlich, dass diese Faschismusangst, die vorher sehr stark instrumentalisiert wird und halt extrem spaltende Tendenzen hat. Also es ist ungemein, was ich gerade in meinem Umfeld für Ablehnungen erfahre, weil halt einfach diese Angstkarte vor dem Faschismus so getriggert wird, dass im Grunde genommen von der großen Demo nicht viel an Aufmerksamkeit übrig geblieben ist, sondern alle halt diese, ja, Frau's-Flag-Aktion vor dem Reichstag halt in den Augen haben und denken, wir rutschen, ja, in ein viertes Reich ab. Und ich wollte einfach mal hören, ob ihr euch dazu Gedanken gemacht habt, wie halt mit diesem, ja, absurden oder instrumentalisierten, antifaschistischen umgegangen werden soll oder was ihr da für Ideen habt, wie man sich dazu verhält, positioniert. Ja, im Großen und Ganzen lehnen wir das natürlich ab. Wir sind jetzt auch nicht so unbedingt, unsere letzte Konsensierung hat es auch nochmal vorgegeben, weil wir sind ja basisdemokratisch, also wir stehen jetzt nicht unbedingt für das, was die Reichsbürger wollen oder Leute wollen, wie wir Kriegsvertrag fördern oder eine Verfassungsgegen, eine Versammlung wollen. Das ist alles nicht der Bille, der Basis. Wir haben, glaube ich, mit 30 Prozent nur oder 33 Prozent oder so, hatten die an, ja, Widerfrucht gehabt. Und damit fällt das für uns eigentlich flach, also darüber überhaupt, ja, das in irgendeiner Weise zu akzeptieren. Und meine, wenn die sich ruhig behalten, dann kann man sie nicht ausschließen. Wir sind ja basisdemokratisch. Aber wir distanzieren uns von solchen Aktionen natürlich. Und ja, wir sagen auch das, was die anderen Leute, also so die anderen Organisationen erzählen, die mit uns auf den Demos sind, haltet euch von den Leuten fern, distanziert euch von denen, dass da eine gesamte Abgrenzung zu diesen Leuten ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, du hast ja selber gesagt, Jens, dass das instrumentalisiert wird. Und man muss sich den Schuh eigentlich auch nicht zu eigen machen. Das steht ja in unserer Satzung drin, dass wir mit extremistischen Gedanken nichts zu tun haben und das auch nicht in unserer Partei wollen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist so eine große Veranstaltung, wie die jetzt in Berlin stattgefunden hat, einfach ein Sammelsurium an Menschen, wenn da mehrere hunderttausend, und ich lasse die Zahl jetzt mal bewusst offen, sich da eingefunden haben. Natürlich kommen da auch andere Gruppierungen, die jetzt mit der Basis nichts zu tun haben. Aber stell dir vor, du gehst in ein Fußballspiel oder stell dir vor, du gehst in einen Supermarkt und dann bemerkst du, dass da aber vielleicht, ich sag mal, ein dir um drei Ecken bekannter Rechter auch gerade hingeht und einkauft. Was machst du? Gehst du dann in einen anderen Supermarkt oder gehst du trotzdem da immer einkaufen, wo du einkaufen gehst? Also man muss sich diesen Schuh nicht anziehen, dass man sagt, wie kann man mit den Leuten zusammen? Nein, das ist ja eine offene Veranstaltung. Die wollen ihr Ding durchziehen, ist ja im Übrigen auch eine wirklich kleine Gruppe nur gewesen und Gott sei Dank darüber hinaus auch friedlich, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Aber das hat mit der Veranstaltung an sich und mit der Basis nichts zu tun und insofern muss man die Leute eigentlich fragen, wo ist jetzt da die Verbindung? Was soll die Basis da anders machen? Also das ist ja nicht in unserem Einflussbereich, was da noch für andere Gruppierungen da sind und Ausgrenzen ist eh nicht möglich und ist ja eigentlich auch nicht das, wofür wir antreten. Also es ist halt eigentlich mehr ein Instrument der Mainstream-Presse, um da mal wieder uns in die bestimmte Ecke zu drängen und quasi sagen, wir sind da auch davon betroffen, weil wir zufällig auf derselben Großveranstaltung waren. Aber den Schuh sollte man sich eigentlich gar nicht anziehen, finde ich. Ja, ist nicht, dass ich mir den Schuh anziehe, aber in dem sozialen Umfeld bekomme ich halt extremsten Gegenwind gerade. Das ist schon unheimlich zugespitzt und angefeuert. Und daher dachte ich daran, ja, weiß nicht, einfach mal in die Richtung zu gucken, wie man da ein bisschen mehr Medienkompetenz auch nach außen getragen bekommt wieder, dass da doch ein reflektierteres Verhalten gegenüber dem stattfindet, was halt über Meinungsmedien und Öffentlich-Rechtliche gerade halt passiert. Jetzt möchte ich auch mal einen privaten Stück weit abholen. Ich bin ganz bei dir. Ich bin selbstständig und habe durch die Aktion 29. noch Aufträge verloren. Warum? Weil ich bekam danach dann auch wundervolle Anrufe, wo mir gesagt worden ist, du, ich habe den Respekt vor dir verloren. Ja, ich dachte mir, okay, was, 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 was meint derjenige jetzt? Und ja, du bist mit Rechten gelaufen. Hä? Warte mal. Und dann fängst du genauso an und ich glaube, dir geht es dann genauso. Du suchst mit den Sachthemen. Es waren über 100 Demonstrationen angemeldet. Hier, wir hatten, wir waren dort und dort. Ich bin da genauso wenig durchgekommen, weil das Faktische war gar nicht da. Und das, was mich zum Kochen gebracht hat, war dann eher, dass mir die Frage gestellt worden ist, ja, du hast den Sturm auf dem Reichstag nicht verhindert. Er hat bloß gesagt, oh, vielen Dank, dass du mir die Kompetenz zutraust, so was in irgendeiner Weise zu ändern. Da habe ich auch noch angefangen zu überlegen. Es ging einfach ums Prinzip. Es ging ums Prinzip, das ist was, das liest du überall, da muss es wahr sein, du hörst es überall, da muss es wahr sein. Ich habe für mich da meinen Frieden gemacht und ich habe immer die Einladung gegeben, hey, lass uns da bitte mal auch mit Abstand drüber reden. Mir geht es damit gerade gar nicht gut. Und ehrlich gesagt, ich habe einen ganzen Tag dazu gebraucht, das zu verdauen, Krönchen gerichtet und dann einfach weitergeschaut. Umgib dich nicht mit Leuten, die dir nicht gut tun, sondern mit Leuten, wo du genau weißt, dass sie dich auffangen. Weil in dem Moment, du kannst, wenn jemand emotional ist, mit Sachlichkeit wenig ausmachen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen alle schon ziemlich gut erfahren. Danke. Gerne. So, dann Andreas, bitte. Moment, die Aufhebung dauert noch eine Sekunde. Jetzt. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja, alles klar. Ja, wunderbar. Einen schönen Gruß nochmal aus Berlin, der Zweite. Vielleicht kurze Anmerkung dazu. Ich glaube, es ist schwierig, es ist ja eine gewollte Kampagne, uns in diese Ecke zu stellen und sich dagegen zu positionieren, wird schwierig, weil du kannst gar nicht an so vielen Stellen stehen, wie auf dich einfließt an der Stelle. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir uns positionieren, wofür wir stehen. Und in unserer Satzung haben wir uns klar positioniert. Michael Ballweg sagt es jedes Mal zum Anfang der Debo, wofür er steht, gegen Extremismus in jeglicher Richtung und es hilft nicht. Also wir sollten uns meiner Meinung nach auf unsere Aufgaben konzentrieren, wofür wir stehen. So, meine Frage jetzt. Ich hatte ein schönes Interview und Video von, nee, Video, von Lothar Hirneise gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Er hat angesprochen, dass wir vielleicht unsere Kräfte bündeln sollten. Die Kräfte von den ganzen Bewegungen, die existieren inzwischen, nicht ohne uns, schwerdenken. Lothar Hirneise ist ja der Initiator von IBAM, ich bin anderer Meinung. Es gibt inzwischen etliche Gruppierungen. Und er hat aufgerufen und wollte am 30.09. in Stuttgart, dass sich dort alle Führer, mal in Anführungsstrichen, also alle Gruppen treffen einige Personen, um sich abzusprechen und vielleicht zu konzentrieren und die Kraft zu fokussen auf ein Kernthema, was alle haben, wie zur Friedensbewegung, wo halt Frieden ein großes Thema war, aber doch ja viele einzelne Interessen. Die Frage wäre jetzt, ob es da eine Einladung gibt an eurer Seite oder ob ihr davon gehört habt und ob ihr da bestrebt, vielleicht daran teilzunehmen. Andreas, da kann ich dir gleich direkt darauf antworten. Das Video ist natürlich auch bei uns nicht vorbeigegangen, das haben wir auch gesehen. Ich fand die Rede dazu vom Lothar auch sehr gut und im Prinzip spricht er ja da ein großes Problem der Bewegung an. Und wir haben auch Kontakt schon mit ihm aufgenommen. Das ist auch folgendermaßen geplant. Eigentlich dieses Treffen, was da analog am 30. in Stuttgart stattfinden soll, das soll eigentlich quasi der Endpunkt einer jetzt schon beginnenden Diskussion sein. Ich stehe also auch schon im Austausch mit Lothar, bin in diesen Diskussionsformen auch mit dabei. Und die Diskussion wird jetzt quasi über einen Monat lang geführt mit allen möglichen Vertretern verschiedener Gruppen. Ich mag den Begriff Lieder auch nicht, ehrlich gesagt. Ich würde es lieber Sprecher oder Vertreter oder wie auch immer sagen. Aber es ist ja egal, wie man es bezeichnet. Letztlich geht es darum, dass man sich austauscht und gemeinsam überlegt, dass wir eigentlich eben jetzt ein paar Dinge definieren müssen, für was die gesamte Bewegung stehen kann und wofür wir eintreten. und da einen gemeinsamen Nenner zu finden, sozusagen. Weil das sind natürlich viele Einzelinteressen, die da teilweise mit dabei sind. Aber ich denke schon, dass ich da, oder hoffe sehr, dass sich ein gemeinsamer Nenner finden wird und das dann auch ganz klar kommuniziert werden kann, den jeder da mittragen kann. Aber danke für die Frage, Andreas. So, okay. Dann wäre Floyd dran. Einen Moment, es dauert einen Sekunden. So, hallo, hört ihr mich? Ja, ein bisschen verzögert, aber ja. Okay, also ich bin der Werner, Spitzname Floyd. Ich bin hier in Rheinland-Pfalz und seit ein paar Wochen bei euch dabei. Also mein Problem ist nicht, dass ich angefeindet werde, sondern, dass wenn ich sage, ich bin jetzt in der Partei, welche Partei? Ah, die Basis, dann gucken mich alle groß an. Was ist das? Und dann erzähle ich da ein bisschen und keiner kennt das Ganze. Und wenn ich mir jetzt angucke, also ich war auch von Widerstand 2020 ganz angetan, wollte eintreten und so weiter und dann ging das mit Fabian, ah, wir lösen uns auf. Gut. Und dann war auf einmal Ruhe im Telegram-Channel von 2020 nichts mehr da. Dann habe ich gedacht, gut, die lösen sich jetzt auf. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgezappt und gegoogelt im Internet, bis ich dann euch gefunden habe. Dann habe ich gedacht, ja, wie jetzt seid ihr eine Konkurrenzpartei? Ah, die Basis der Name war ja ausgemacht. Also ich war total verwirrt. Da war überhaupt keine Klarheit. Dann habe ich gesehen, ah, der Ralf mischt da auch irgendwie ein bisschen mit. Also Konkurrenz kann es nicht sein. Also ich war irgendwie total, ja, habe keinen Plan gehabt. Und bis ich dann gedacht habe, naja, egal, euer Konzept ist gut. Basisdemokratie, das wollte ich schon immer. Das finde ich die einzig wahre Regierungsform, wenn schon Demokratie dann von der Basis aus. Ich habe ein Mail geschrieben an die Widerstand 2020, ging wahrscheinlich unter. Ich habe heute euch ein Mail geschrieben, aber das ist wahrscheinlich, naja, es dauert noch ein bisschen. Und zwar mit der Bitte, ob man in dem alten Telegram-Channel von Widerstand 2020 nicht einen Link machen könnte oder den Telegram-Channel von euch, also von der Basis dann mitteilen könnte. Weil ich sehe, bei Widerstand 2020 sind ungefähr 15.000 Abonnenten und bei der Basis sind es 624. Und ich denke, es geht wahrscheinlich noch den einen oder anderen, genauso wie mir, die sind orientierungslos. Und ich habe das auch mal ins Forum gestellt, da hieß es dann, ja, der alte Channel wird nicht mehr bedient, aber neulich kam ja dann ein Aufruf von Ralf zur Demo. Also ich denke, da ist noch ein Zugang vorhanden und wollte da jetzt mal fragen, ob da was machbar wäre, was sicher der Popularität kein Abbruch tun würde. Ja, also das würden wir auch, also ich sage mal so, wir haben natürlich engen Austausch mit Ralf und dem Vorstand von Widerstand 20. Die vier befinden sich ja noch, also Christina, Ralf, Kirsten und Dirk. Und dennoch existiert diese Partei noch und wir sind ja mehr oder weniger Zwillinge. Wir sind auseinander hervorgegangen. Diese Satzung entspricht sich sehr ähnlich. Also es ist ja letzten Endes mit den vier Säulen, die bei Widerstand 2020 die Grundlage gebildet haben, das ist ja bei uns auch. Und dann nochmal dieses starke auf dem basisdemokratischen Weg. Aber es existiert halt noch und wie wir vorhin ja schon gesagt haben, es ist noch nicht entschieden, wie sich Widerstand 2020 dann entwickelt. Also es wird keine große Partei werden, aber wann und wie sie sich auflöst, fusioniert oder so, das ist eben noch nicht raus. Und da die zwei der vier Vorstände Anwälte sind und bei Klageparten eben die führenden Köpfe sind, haben die momentan einfach keine Zeit, Vorstandssitzungen zu machen, geschweige denn Mitgliederversammlungen. Und deswegen haben sie eben auch da nichts gemacht. Ich finde den Vorschlag gut. Wir würden es auch sehr schön finden. Aber jetzt müssen wir halt als Basis überzeugen, als Menschen und dann uns nicht darauf verlassen, dass irgendein Anführer oder nicht das für uns macht, sondern wir machen es halt für uns. Und ich denke, das funktioniert ganz gut. Und schön, dass du in Rheinland-Apfalz bist. Also dann bist du schon mal einer, und dann kann ich dich nur bitten, die anderen darüber zu informieren, wie wir entstanden sind. Und dann bitte schon. Ja, gut. Ich habe eine große Aktion, sondern in drei Zeilen, die man im Telegram-Channel, wenn man unfreundlich gesündigt ist, machen könnte. Das müsste doch möglich sein. Also so weit. Ja, da möchte ich kurz darauf antworten. Das ist zum Teil auch ein bisschen ein rechtliches Problem. Weil man als Partei nicht ohne weiteres Werbung für eine andere Partei macht. Weil da würde man offensichtlich parteischädlich handeln. Und deswegen ist es parteirechtlich nicht so ganz einfach, dass eine Partei für eine andere Partei Werbung macht. Selbst wenn die Partei beschlossen hat, dass die andere Partei sich gründen soll für sie, bleibt das rechtliche Problem. Also da müssen wir ein bisschen Geduld haben, dass die internen, parteiinternen, bei denen sich lösen lassen. Das kann ich einfach nur. Okay. Ja, da geht es Ihnen. Dann, Werner Fischer, einen Moment. Bist du vielleicht dran? So. Grüße alle in der Runde. Hallo. Ich bin nicht Mitglied bei der Basis, aber ich bin Vertreter von den Unabhängigen. Ich weiß nicht, ob ihr was davon gehört habt. Ich hoffe, es gab ja auch immerhin eine Unterstützung von eurer Seite aus in Richtung einer Initiative zur Verbesserung des Wahlrechts. Da habe ich auch inzwischen den Bundeswahlleiter eingeschaltet und warte noch auf eine Stellungnahme von ihm. Ihr habt gesagt, es geht euch einmal um die Bundestagswahl und um die Möglichkeit, da anzutreten. Das Gleiche hatten wir auch vor, haben wir auch immer noch vor. Uns fehlen nur die Leute dafür, die Kandidaten. Uns geht es um Bürgerbeteiligung. Also Bürgerbeteiligung und Basisdemokratie ist ja fast das Gleiche oder ist das Gleiche, sind bloß zwei verschiedene Namen. Ich halte nicht viel davon, dass sich jetzt drei, vier, fünf Parteien bilden, um dieses Ziel voranzubringen. Wir als Unabhängige haben im Frühjahr andere Parteien angeschrieben, die schon existiert haben, also die beim Bundestag Bundeswahlleiter registriert waren und in dem Verzeichnis enthalten waren, um hier gemeinsam für die Bundestagswahl was in Richtung Bürgerbeteiligung zu unternehmen. Dieses Konzept hat euch noch nicht erreicht. Ich werde es nachher in den Gruppenchat stellen. Schaut euch das mal an. Es wäre schön, wenn sich da ein paar Gruppierungen, kleine Parteien zusammenfinden, denn so eine Bundestagswahl ist eine Riesenaufgabe. Also wir existieren schon seit 2002. Wir haben da auch ein bisschen Erfahrung da drin. Nur, wie gesagt, uns fehlen Leute, die kandidieren, die was in Richtung Basisdemokratie, in Richtung Bürgerbeteiligung voranbringen wollen. Und insofern wäre es toll, wenn wir in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten könnten. Werner, vielen Dank. Du hast vollkommen recht. Das ist ein ganz großes Vorhaben, wenn man, so wie wir jetzt vor allem, eine Partei erst seit zwei Monaten am Laufen hat. Aber ich kann dir erzählen, es ist natürlich, glaube ich, sehr vielen bewusst, dass über die letzten Bundestagswahlen, die so stattgefunden haben, haben, glaube ich, viele kleine Parteien und Kleinstparteien inzwischen gemerkt, dass es relativ wenig Sinn macht und vor allem keine Veränderung herbeiführt, wenn jeder für sich einen Einzelkämpfer macht. Das ist ganz klar. Es hat dazu, gibt es aber schon verschiedene Initiativen. Ich nehme an, du hast bestimmt von Clemens Kubi gehört und seinem Aufruf. Da hat am Anfang des Monats, am 8. August war das, da war ich bei einem Treffen zusammen, wo Clemens Kubi eingeladen hat. Er hat nämlich, glaube ich, an 80 Parteien geschrieben. Wahrscheinlich hat er auch an euch geschrieben, nämlich an, wenn er auf der Liste war. Zumindest, ich weiß ungefähr die Zahl, 79 oder 80 Parteien hat er angeschrieben, weil er eben ein Wahlbündnis für die Bundestagswahl 2021 schmieden möchte. An dem Treffen, wo ich auch mit dabei war, haben sechs Kleinparteien mit teilgenommen. Aber ich glaube, Werner, du hast dich mit dabei, ja? Warst du da? Ich war am Samstagmittag und Samstagabend dort, und kann mich jetzt gar nicht an dich erinnern, aber vielleicht... Kannst du noch ein paar Punkte sagen? Ich war am Samstag da. Ja, da war eigentlich die Demo in Augsburg und ich bin dann zu dem in Augsburg gefahren, war beim Mittagessen dabei und dann wieder beim Abendessen. Genau, wir haben uns am Mittagessen getroffen. Ah, richtig, genau, 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 ja. Und am Abend hat eben der, also der Clemens Kubi hat mir dann nochmal eine SMS geschrieben, während ich auf der Demonstration auf dem Friedensfest in Augsburg war und habe mich gebeten, nochmal vorbeizukommen. Und dann kam ja der Aufruf eben von Clemens Kubi, dass quasi die Parteien sich überlegen sollen, mit der Basis zu fusionieren, beziehungsweise ein Wahlbündnis einzugehen, nicht fusionieren, sondern Mitglieder zu werden bei der Basis für die Bundestagswahl. 2021. Ich sage, ich bin noch im Kontakt mit einigen, zum Beispiel auch von der Deutschen Mitte, mit dem Georg, der ja auch mit da war, an dem Tisch gesessen ist, Kanzlerin, und ich habe mit dem, mit der Partei der Meditierer, ich habe schon Nachrichten von der Partei für die Tiere, also wir stehen im Kontakt und arbeiten dran, aber es ist natürlich sehr schwierig, wie du weißt, weil die Einzelinteressen bei den Parteien sind ja oftmals ganz unterschiedlich und zum anderen geht es natürlich oftmals auch um finanzielle Fragen, wie du weißt. Das sind so Themen, die ja im Grunde noch einiger Diskussionen und Gespräche bedürfen, aber natürlich hast du recht, Werner, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen und da überlegen, ob sich ein Weg finden lässt. Das wäre schön, ja. Ja. Kann ich da noch was sagen? Ja, sagst du was. Ja, Werner, es ist total toll, dass du jetzt hier bist, also ich habe von einem deiner Leute aus Brandenburg von dir gehört, auch deine Nummer und also ich habe da mit Frank auch schon drüber gesprochen, also wir wollten uns gerne bei dir melden, weil deine Erfahrung natürlich auch unschätzbar ist, weil du dich eben mit Bundestagswahl auskennst und ich denke, also es ist einfach ein gutes Zeichen, es ist super, dass du hier bist und ich denke, wir werden einen Weg finden, weil 299 Einzelkandidaten, wenn wir nicht aus ein paar Mitgliedern schaffen, sondern wir müssen alle zusammenhalten, damit wir die sonstige ganz weit hoch machen oder es kaum sonstige geben wird. Zu den 299 Einzelbewerbern, das ist eine Möglichkeit, anzumerken ist dabei, dass es ein Einzelbewerber noch nie in den Bundestag geschafft hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist nahezu null. Das liegt auch an dem Parteien-System, das liegt daran, dass Einzelbewerber vom rechtlichen Standort aus eigentlich keine Chancen haben. Sie können keine Werbung machen und ähnliches. Deshalb sind die Unabhängigen eigentlich auch entstanden, weil wir gesagt haben, die Einzelbewerber müssen sich zusammentun zu einer Partei und diese Partei muss dann entsprechend die Einzelbewerber auf Listen setzen und diese Listen müssen dann zur Bundestagswahl entsprechend antreten. Dann ist die Zweitstimme sozusagen die Möglichkeit, Werbung zu machen im Fernsehen, im Rundfunk, dann wird man von den Medien wahrgenommen und ähnliches. Also das ist definitiv wichtig. Mit Einzelbewerbern allein schafft man das nicht. Werner, noch ein Zehnten dran noch vielleicht, wenn möglich, ich habe nämlich jetzt glaube ich keine Vernetzung zu dir direkt, das müsste Werner nicht mit dir, das hast du dich doch mal. Dann lass uns einfach mal nächste Woche noch mal Kontakt aufnehmen und schauen, ob wir uns irgendwie, wo bist du angesiedelt, wo lebst du? Bayern, Kaufbeuren, Allgäu. Ah ja, das ist ja machbar, dann können wir uns ja mal relativ easy, ich sitze in München, wie du weißt, oder vielleicht weißt, das müsste sich ja realisieren lassen, dass wir uns mal auf ein Essen oder in Arbeitstreffen einfach mal zusammensetzen. Der Ammersee bietet sich an. Wasser, ja. Ja, dankeschön. Dann jetzt Melan, Sekunde. Ja, jetzt müsst ihr es gehen. Jetzt, vielleicht könnt ihr mal für alle diejenigen, die in Erdkunde immer Zettelchen geschrieben haben und nicht aufgepasst haben, so wie ich, mal ganz kurz erklären, was ist ein Wahlbindnis? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich als Zettelchenschreiber mit bester Freundin, man schließt sich zusammen, geht zusammen auf eine Liste, wird gewählt und dann, also wenn da fünf verschiedene Vereine, Gruppierungen, Parteien zusammen dann drei Sitze haben, wie teilt man das auf und wie macht man das mit den Programmen, die ja womöglich relativ unterschiedlich sind? Eine Tierschützerpartei hat womöglich Programmpunkte, wo die Basis sagt, nö, wie macht man das? Also das Problem ist mit den 299 Direktkandidaten, die man eben braucht, die müssen von einer Partei kommen, die können eben jetzt nicht von verschiedenen Parteien kommen. Das ist das Problem, das lässt das Wahlrecht nicht zu und deswegen ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch der Ansatz von den Unabhängigen, dass sie quasi so eine Art Sammelbecken für verschiedene Vertreter verschiedener Parteien sein wollen. Ich will es jetzt nicht Dachpartei nennen, aber so eine Zusammenfassung, damit eben das keine Einzelkandidaten sind, sondern eben unter einem gemeinsamen Dach quasi antreten können. Du kannst eben, viele Kleinparteien sind ja auch nicht in allen Bundesländern vertreten zum Beispiel und dadurch minimiert sich da schon mal eine Chance und überhaupt bundesweit wahrgenommen zu werden und so versucht man sich eben jetzt in einem Wahlbündnis quasi unter einer Partei zusammenzufinden und dann eine Liste zusammenzustellen und für Kleinparteien ist es natürlich sinnvoll, sich eben zu einem Wahlbündnis zusammenzufinden, aber es muss eben in einem Dach einer Partei sein, sonst können die nicht antreten. Also bräuchte man dann für dieses Wahlbündnis nochmal ein übergeordnetes Parteiprogramm eine... Du musst eigentlich eine richtige Partei haben. Okay. Und kannst du aber eben sagen, diese Partei sowie die Basis hat, um das möglich zu machen, in der Satzung drinstehen, dass wir eben Doppelmitgliedschaft zulassen. Das ist relativ ungewöhnlich für Parteien. Manche Kleinparteien haben das, die etablierten Parteien haben das in der Regel nicht. Das heißt, wenn du FDP-Mitglieds bist oder wenn du SPD-Mitglied bist, kannst du nicht noch zusätzlich Mitglied in einer anderen Partei werden. Bei der Basis ist es so, du kannst Basis-Mitglied sein und kannst auch in einer anderen Partei Mitglied sein. Und das erweist sich eben als hilfreich zum Beispiel für so ein Wahlbündnis. Okay, danke schön. So, dann haben wir nochmal den Kohler. so. Ich höre euch gerade ganz leise. Ich versuche rauszukriegen, ob es an mir oder an auch... Also wir hören dich, red erst mal. Nein, wir hören dich doch nicht. Lieber, red ich mal ein und für mich. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich dachte, ich wollte mir da nicht so viel Druck machen und dir auch nicht. Du hast es vielleicht verstanden. Wir haben nicht die Möglichkeit, in der kurzen Zeit, bis die Bundestagswahl ist, so etwas zu organisieren. Unser Vorsitzender hat das auch gerade gesagt. Da gibt es vom Parteiengesetz ein paar Hürden. eine Partei ist parteiisch. Deswegen müssen wir nach der Bundestagswahl ein Konzept erfinden und das ist noch nicht erfinden. Im Zusammenarbeit hat unser Bundesvorsitzender gerade gesagt, es gibt dann hinterher immer Streit mit dem Geld. Lieber, Werner, du weißt selber, wenn du das 2002 machst, es gibt dann hinterher Wahlkostenzuschüsse und ähnliches. Wo gehen die hin, wenn man eine Dachpartei hat? Ich kann euch nur sagen, die Piraten haben es auch versucht. Ausnahmsweise haben sie mal etwas frühzeitig abgebrochen. nachdem sie festgestellt haben, es funktioniert nicht. Hier müssen wir wirklich das Parteiengesetz hacken und das geht nicht so auf die Linke. Die Basis ist gerade dabei, sich überhaupt erst zu entwickeln. Mit 300 Mitgliedern kann wir Kontakt halten, Stellen auch kooperieren. Aber ich sage es jetzt einfach mal voraus. Es ist einfach verlorene Zeit. Wir sollten uns auf den Wahlkampf konzentrieren und sollten unsere Erfahrungen mitnehmen. Die braucht die Basis auch. Und dann können wir uns nochmal hinsetzen. da würde ich nicht so viel Druck machen, wie du machst, denn du bist an vielen Stellen bei der Basispartei. Aber überleg mal, seit 2002 und ihr habt die Mitglieder nicht. Wir müssen unsere Mitglieder jetzt erst sammeln. Ich will da nicht besonders böse klingen, aber ich will sagen, das ist die Zeit, die wir jetzt dringend brauchen für andere Sachen. Und für den Bundesparteitag ist die Zeit zu kurz. Dankeschön. So, ja, danke Bruder. Ich glaube, da brauchen wir jetzt eigentlich nichts zu groß hinzuzufügen. Das kann für sich alleine stehen. Dann hätten wir jetzt den Peter. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Auch nochmal aus Berlin. Auch zu der Bündnis-Thematik. Kubi hatte ja nicht nur das Bündnis als solches angeregt, sondern er hatte das auch, also ich erinnere mich auf eine Megafonrede am 1. 8., wo er davon sprach, dass das auch monothematisch sein soll. Also dieses Bündnis bräuchte nur einen Programmpunkt und dieser sollte lauten Geld darf kein Geld verdienen. Also das ist im Prinzip die Geld- oder auch die, ja letztendlich die Geld-Thematik, die ja im Zentrum von vielen Problemen steht. Ist das bei diesen Gesprächen rund um das Bündnis auch Thema gewesen oder ging es nur um das Bündnis an sich? Also Peter, ich kann dir erzählen, ich bin ja im relativ engen Austausch mit Clemens Kubi und ich weiß, dass das für ihn eines der ganz wichtigen Themen ist, was ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Natürlich liegt in, ich sag mal, in der Geld- Thematik, im Thema Geldschöpfung, Zinsen und Zinseszins und so weiter, eine gewisse Problematik, die uns eigentlich ja, die sich damit befassen, schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Das ist ja nichts Neues. Es wird halt jetzt langsam offenbar, durch die Negativzinsen, die quasi jetzt eingeführt wurden vor ein paar Jahren, wird es einfach deutlich, dass das System schon langsam aus allen Löchern pfeift, sage ich jetzt mal so, und an seine Grenzen kommt und ich will jetzt da keine Hypothesen aufstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Corona in dem Zusammenhang auch gerade ganz recht kommt, um da vielleicht eine gewisse Kausalität herstellen zu können, wo gar keine Kausalität da ist, sondern das System war für sich eigentlich schon ziemlich strapaziert. Und insofern ist das Geldthema natürlich ein ganz wichtiges Thema und für Clemens Kumi ist es immer ein ganz besonders wichtiges Thema. Nur, ich habe mit ihm auch schon Gespräch darüber geführt, ich halte es ehrlich gesagt, ich bin zu kompliziert und also um da quasi ein Hauptthema für die Bewegung draus zu machen, weil es gibt nicht so viele Menschen, die sich wirklich mit dem Geldwesen eingehend beschäftigt haben und da, das ist so umfangreich, dann könnte man also eigentlich sich Wochen damit beschäftigen und ich kenne Menschen, die beschäftigen sich schon Jahrzehnte damit, Geldsysteme quasi zu entwickeln, die besser wären, aber das ist so ein schwieriges und umfangreiches Thema, dass es eigentlich für eine Kampagne, für eine Bewegung in meinen Augen eben nicht hat und ich habe das auch schon mitgeteilt, dass ich das ganz gerne eigentlich zum späteren Zeitpunkt führen würde, ja, also zumindest in der breiten Basis und von dem her ist, glaube ich, jetzt der Ansatz, den der Lothar gemacht hat, sich dahin zu setzen und eben ein, zwei Themenschwerpunkte in der Bewegung zu setzen, vielleicht sogar der Zielführendere für den Moment zumindest, ohne dem Thema Geld jetzt die Wichtigkeit absprechen zu wollen. Darf ich kurz noch nachfragen, welche, das habe ich eben nicht mitbekommen, vielleicht wurde es schon gesagt, aber welche Themen waren das denn, die der Lothar ins Feld geführt hat? Naja, gut, er hat ja kurz in seinem Video angesprochen, dass wir eben ganz verschiedene Gruppen dabei haben. Wir haben die Impfgegner mit dabei, wir haben Eltern stehen auch mit dabei, wir haben die Anwälte mit dabei und jeder hat ja unterschiedliche Anliegen und unterschiedliche Ansätze, worum er bei der Bewegung mit dabei ist und ich glaube, die Idee von Lothar ist jetzt eben da, die Sprecher der verschiedenen Gruppen mal zusammenzubringen und sagen, was haben wir denn gemeinsam? Wofür können wir alle stehen oder hinter welcher Forderung können wir alle stehen und mit dieser Forderung dann gemeinsam nach außen gehen, damit eben nicht die ganzen Partikularinteressen, sage ich jetzt mal, die es in der Bewegung eben auch gibt, ständig so viel stimmig in alle Richtungen und gehen, aber keine gemeinsame Stimme zu hören ist und ich glaube, das ist der Ansatz von Lothar. Okay, ich habe, auch wenn es nicht üblich ist, eine habe ich noch dazu, weil es gerade passt, wenn ihr das sagen könnt, was wäre dann aus Sicht der Basis oder von euch, vom Vorstand, das muss man am Ende ja wahrscheinlich dann konsensieren, aber was wäre denn das Thema, zumindest mal so aus eurer Sicht, Vorstandssicht, was man da einbringen würde, einbringen müsste? Also die Überleitung könnte nicht besser sein, danke Peter, weil wir in dem Punkt natürlich jetzt auch das Ergebnis der Konsensierung zum Schwerpunkt kommen können und wir hören ja, was unser Schwerpunkt ist, ist kurz die Antwort, das was die Basis meint, ist der Schwerpunkt und da haben wir jetzt die umfangreiche Konsensierung zu dem Schwerpunkt gehabt, die zwar mit den Vorschlägen leider sehr vielzählig war, aber vom Ergebnis vielleicht doch ganz interessant, ich werde mal versuchen, dass ich hier mal einblendend, um sie alle sehen können, einen Moment, äh, da, 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 da,aa, achtung, So, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ist es schon zu sehen? Kann jemand mal nicken? Peter, Sie sind? Ich sehe es. Alles klar, dann müssen es die anderen aussehen. Also wir sehen hier im Ergebnis mit 89 Prozent klar vorne waren die vier Säulen, sollen die Politik fest verankert werden. Im Detail steht noch, dass es für jedes Einzelgebiet auch sein soll. Also für jedes, in jedem Bereich sollen, die sollen eben sein, sei es in Corona-Maßnahmen, sei es in der Geldpolitik. Ich weiß nicht, welche Punkte hatten wir noch als Beispiel. Sei es in der Umwelt. Genau. Dann hatten wir den nächsten Punkt zur Freiwilligkeit von Impfungen. Impfungen, die haben auch eine hohe Zustimmung. Dann haben wir das Thema Bargeld, das ungehebte Bargeld erhalten. Bleiben muss. Dann nochmal Basisdemokratie mit Vordergrund. Das ist sicherlich unser Thema. Dann haben wir Heilpraktiker, Gesundheitswesen. Basisdemokratie auch am Standort in den unteren Ebenen. Dann nochmal Basisdemokratie. Dann wichtige Punkte für alle Menschen konsensieren. Nochmal Zusammenarbeit mit Alternativen und Medizin. Mehr Öffentlichkeitsarbeit als bisher. Nochmal Basisdemokratie. So. Dann haben wir noch ein paar Punkte, die auch Ruhe zu stimmen haben. Die will ich jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Kern, worauf ich hinaus will. Wir haben nochmal so ein paar Punkte jetzt gehört, die der Schwerpunkt sind, was die Masse der Abstimmenden für wichtig erachten. Natürlich unsere vier Säulen. Das finden wir schön, dass das auch ganz oben gekommen ist. Freiwilligkeit der Impfentscheidung ist natürlich auch ein wesentliches Thema. Genauso wie mit dem Bargeld. Da haben wir ein bisschen Geldpolitik drin. Auch wenn Bargeld nicht unbedingt Zinspolitik ist. Aber zumindest ist es ein Teil, der vielleicht auch die Richtung insgesamt zusagt. Denn wir hatten glaube ich, Zinspolitik war gar nicht zur Auswahl, weil es keine vorgeschlagen hat. Also grundsätzlich ist das jetzt ein Thema, was natürlich in den Vordergrund kommen muss. Umgekehrt, was sehen wir auch in der Abstimmung? Wir lassen mal die Passivlöhre weg. Die sind eh nicht ernst gemeint. Also hier ging es darum, dass diese Aufteilung war nicht willkommen. Das kann man jetzt offen lassen, an welchem Einzelpunkt es lag. Dann hat der Friedensvertrag und die eigene Verfassung keine hohe Zustimmung bekommen. Dann hatten wir, dass wir überhaupt keine Corona-Maßnahmen kritisieren wollen, hat auch keinen hohen Zustimmung. Also wir sollen Corona-Maßnahmen kritisieren. Wiederum hier den Gegenteil. Wir sollen nicht nur Corona-Maßnahmen in den Fokus nehmen. Und bei den anderen Punkten kann sich jeder selber sehen, welche Details sich daraus noch ergeben oder eben noch nicht genau ergeben. Im Kern wollen wir darauf hinaus. Das gibt jetzt erstmal so die paar Schwerpunkte, legt die paar Schwerpunkte fest, in dem wir auch tätig sein sollen. Sprich die vier Säulen, Basisdemokratie und ein paar Punkte wie Freiwilligkeit von Impfungen, Bargeld, was irgendwo zur Freiheit dazugehört, dass Bargeld dableibt. Also das ist sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, unser Monothema, aber jedenfalls unser Themenschwerpunkt. Basisdemokratie und die vier Säulen. Das ist also der Kern. Trotzdem auch ein bisschen Corona-Kritik. Das soll natürlich bleiben. Auch in der Corona fehlt natürlich, fehlt es eben gerade an diesen Punkten. Fehlt es an der freien Wissenschaft und so weiter. Deswegen würde ich jetzt gerne ruhig die nächste Fragerunde ein bisschen mehr Richtung der Schwerpunkte und was sich jeder von euch vorstellt, wie die Schwerpunkte genau am besten aussehen sollen, darauf nochmal fokussieren. Und dazu jetzt bitte Meldung. Jetzt hat sich aber Werner nochmal gemeldet. Also darf gerne Werner auch nochmal was sagen. Wollte ich hier keinem das Wort abschneiden. Ja, es geht um den Schwerpunkt. Und da ist es definitiv so, dass wir als den Schwerpunkt eben die Bürgerbeteiligung haben. Das würde ja der Basis nicht widersprechen. Nein, nein. Unser Vorgehen, unser Konzept heißt ja, wir machen die Liste mit dem Schwerpunktthema Bürgerbeteiligung, konzentrieren uns darauf, auch in Sachen Werbung und ähnliches. Also Unabhängige stehen für Bürgerbeteiligung, Punkt. Die anderen Punkte, die dann möglicherweise in einem Wahl-O-Mat erscheinen, das bestimmen die Kandidaten. Darauf nehmen wir als Partei eigentlich keinen Einfluss. Sie sollten bloß machbar bleiben. Also Bargeld abschaffen, wäre auch durchaus ein Anliegen von uns. Die Verfassung abschaffen oder ähnliches nicht. Wie gesagt, es gäbe durchaus eine Basis dafür zu einer Zusammenarbeit. Wir denken eben so, dass wir sagen, wir machen die Liste und wir lassen zu, dass Kandidaten für die einzelnen Gruppierungen als Direktkandidaten antreten und da ihre Themen weitestgehend vertreten. Also das steht überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was wir machen, auch uns. Kann natürlich jeder antreten und sicherlich werden wir bei den Direktkandidaten auch nicht darauf schauen, dass eine Mitgliedschaft bei uns vorliegen muss. Sondern wir werden sicherlich auch Direktkandidaten haben, die keine Parteimitglieder haben, keine Parteimitglieder bei uns sind. Wir sind da wie immer offen. Jeder kann ja mitmachen. Jeder kann auch hier eine Frage stellen. Das ist auch das Beispiel, das geht auch umgekehrt in der Mitarbeit. Also jeder kann bei uns mitarbeiten, ob er ein Parteimitglied ist oder nicht. Und dann schauen wir, was eben die Konsensierung so für Ergebnisse bringen und entsprechend orientieren wird. So, jetzt ist Fabian nochmal dran. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Koller gesagt hat, wie die Aufteilung stattfindet. Das steht bei uns im Konzept drin, wie wir das handhaben. Okay, Fabian dann bitte. Ja, also ich habe eine direkte Verständnisfrage dazu. Also ich habe das so verstanden, dass gerade die Stärke der Partei der Basis ja ist, dass im Prinzip das erstmal ein offener Dialog ist, dass man eine offene Abstimmung hat, wie eben das Parteiprogramm aussieht, wie sich dann auch im Laufe der Zeit, können sich vielleicht auch die Punkte verändern, je nachdem, wenn man eben weitere Abstimmungen macht, weitere Konsensierungen. Und das ist doch eigentlich gerade das Attraktive auch für jetzt andere Parteien, dass die eben sagen können, ja, wir haben jetzt unsere bestimmten Punkte, die uns ganz wichtig sind, aber wir haben jetzt nicht den politischen Einfluss, wir haben jetzt nicht die Masse an Wählern und Wählerinnen. Wir kommen jetzt einfach zu der Basis sozusagen oder zu einer einheitlichen Partei und stimmen dann in dieser Konsensierung, haben wir dann ja direkten Einfluss auf das Programm. Also das ist doch gerade das Attraktive an dieser Partei. Also sage ich mal, wenn man das jetzt ganz weit nach vorne denkt, ist es doch sozusagen das Ziel, dass letztendlich irgendwann eigentlich alle Parteien sozusagen da reinkommen mit ihren Punkten. Also dass da aber nicht eben eine Parteiführung dann bestimmt, was da gemacht wird, sondern eben die Leute selbst, dass die eben sagen, ja, ich bin jetzt zwar CDU-Wähler, aber eigentlich gefallen mir die und die Punkte nicht und die könnte ich aber, darauf könnte ich dann direkt Einfluss nehmen in der Basis. Und dass man das dann, dass sich dadurch dann ja überhaupt eine Basisdemokratie aus der Partei heraus bildet, mit dem vielleicht sogar mit dem Enzelt, dass man das dann auflöst und gar keine Parteien mehr braucht, weil alles basisdemokratisch ist, das ist ja eigentlich das Attraktive. So, und da fände ich das ja schön, also schön, wenn sich jetzt die anderen Parteien, die jetzt vielleicht auch das wollen, also eigentlich wollen es ja alle, sogar eigentlich alle Parteien haben, wir wollen ja eine Volksabstimmung, aber dass man da jetzt auch konkret sagt, wie kommen wir jetzt daran, also wie können wir das jetzt konkret auf die Beine stellen und dass wir jetzt im Kleinen sozusagen als Vorbildfunktion uns alle zusammentun und das basisdemokratisch ein Programm machen und dann dadurch wachsen. Also da wäre jetzt auch die Frage an Herrn Fischer, was ist da jetzt genau, gibt es da irgendwie Bauchschmerzen oder was wäre jetzt genau das Problem, das so zu machen? Ich wollte nochmal ganz kurz, ich wollte nochmal kurz zwischen eine Klarstellung von eben, weil es glaube ich falschrum versehentlich nur gesagt wurde, es geht natürlich darum, das Bargeld nicht abzuschaffen, sobald es gerade eben ging, das Bargeld abschaffen. Es geht natürlich darum, das Bargeld nicht abzuschaffen, also ansonsten, wie jemand... Aber ich habe eine Frage an Fischer. Da müsste ich allerdings melden, dass ich ihn freischalten kann, sonst ist es so schwierig. Werner, magst du dich nochmal kurz melden, dann können wir dich freischalten, wenn du antworten möchtest? Grundsätzlich gibt es ja etliche Parteien, die sagen, kommt zu uns, wir machen dann das, was ihr wollt. Also ich habe da schon ein paar Parteien durch. Wir hatten auch schon eine Kooperation zum Beispiel mit der Familienpartei. Ich habe gesehen, wie sowas läuft. Ich war enttäuscht. Also ich gebe mal einfach zu bedenken, an der Wahl teilzunehmen, Politik zu machen, ist eine Sache, da braucht man sehr viel Erfahrung für. Und man muss die ganzen Gesetze, Vorschriften und die formellen Fallen kennen. Das ist ein Problem. Und jede neue Partei, die sich bildet und dann reinschreibt in ihre Parteisatzung, dass sie eine Partei ist, die gibt dann eine entsprechende Meldung an den Bundeswahlleiter. Damit ist sie aber noch keine Partei. Eine Partei ist man dadurch, dass der Bundeswahlausschuss jemanden, also eine Partei oder eine Liste, besser gesagt, dann zur Wahl zulässt. Das ist das Entscheidende. Wir sind 2017 also schon mal zugelassen gewesen, auch schon davor. Insofern sehe ich bei uns also keine Probleme, dass wir diesen Parteistatus nicht erhalten sollten. Denn wie das bei anderen Parteien ist, weiß ich nicht. Da würde ich gerne darauf antworten, denn das ist so rechtlich schon mal nicht ganz korrekt. Eine Partei ist man dadurch, dass man sich formell korrekt gründet. Und nicht durch die Zulassung zu einer Wahl wird man zu einer Partei. Durch die Zulassung zur Wahl wird man nur zur Wahl zugelassen. Mehr auch nicht. Eine Partei ist man in dem Moment, in dem man nicht formal korrekt gegründet hat. Das kann man dann an den Bundeswahlleiter melden. Der nimmt dann eine Liste auf oder auch nicht. Das hat aber eine reine Auflistungswürstung. Das ist kein Beschluss. Das ist kein Beschluss, dass man jetzt eine Partei ist oder nicht. Man muss also nicht durch den Bundeswahlleiter als Partei genehmigt werden. Man muss dann lediglich zur Teilnahme an der Wahl genehmigt werden. Und da bezieht es sich aber auch konkret auf die Wahllisten. Ja, jetzt möchte ich gerne Kohler hören, der vielleicht auch was dazu zu sagen hat, der sich ja auch auskennt. Erst einmal Zustimmung, Henning. Lieber Werner, ich will unbedingt nochmal sagen, ich wollte dich vorhin mit dem, was ich gesagt habe, nicht vergraulen. Ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Aber du siehst, wir haben hier Probleme, uns erstmal zu finden, weil Probleme hat jeder zu Anfang. Und wir müssen erstmal eine Partei werden. Und deswegen brauchen wir die Zeit jetzt. Das ist unsere erste Bundesvorstandssitzung, die wir jetzt mit den Mitgliedern zusammen machen. Das hat zwei Monate gedauert. Das ist nicht lange. Ich kenne das von anderen Stellen. Da hat das wesentlich länger gedauert. Die haben es bis heute noch nicht hingekriegt. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und du kannst gerne, meiner Meinung nach, überall bei uns mit dazukommen und kannst dann auch gerne deine Erfahrungen mit dazugeben. Aber es ist für uns jetzt essentiell wichtig, uns selber zu finden. Wir müssen unsere eigene Partei... Das ist ja okay. Das sehe ich auch. Und deswegen ist das einfach nur so, dass wir jetzt zwei größere Sachen haben und wir müssen wahrscheinlich auch unsere erste Bundestagswahl erstmal versemmeln. Die Erfahrungen müssen wir machen. Dann wirst du hinterher sagen, hätte ich euch alles gesagt. Aber wir brauchen die Zeit für uns. Und deswegen gerne rede ich wieder mit dir und gerne können wir uns unterhalten. Und Ingo geht mir ja auch ständig auf den Zünder. Aber du bist noch zu früh bei uns. Weil wir sind noch erst auf dem Papier eine Partei. Verstehst du das? Diese Diskussion habt ihr seit 2002 gehabt. Okay, jetzt... Und danach wollen wir uns um, mit wem wir uns alles an einem Tisch sitzen. Dann haben wir Landesverbände, wo wir mit... ... ... ... Es ist wirklich nicht böse gemeint. Ich verstehe völlig, dass du den alten Parteien mal auf die Füße treten willst. Das wollen wir auch. Und wenn wir stark sind, sind wir ein starker Partner für dich. Okay. Wunderbar. Danke, Cola. Jetzt möchte Editha auch gern was sagen. Ja, ich... Ich melde mich ja aus Nordrhein-Westfalen. Und ich bin direkt, als Widerstand gegründet wurde, zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, politisch aktiv geworden. Und habe mit dem, was Widerstand und das, was wir dann als Basis die ganze Zeit unternehmen, mal reingeschnuppert. Und weil ich der Politik eigentlich immer aus dem Weg gegangen bin. Und ich stelle aber fest, dass wir überhaupt noch nicht so weit sind, politisch wirklich agieren zu können. Weil das war es... Also, als das vorhin um diese Wählergemeinschaften ging, ich meine, es ging auch irgendwann direkt dann auch mal um Geld. Es geht um Posten. Und ich sehe das jetzt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die Idee war ursprünglich, wir treten hier an. Wir treten einfach nur an und dürfen Plakate aufhängen und gegen die Maßnahmen protestieren. Und kaum ist dieses Feld eröffnet worden, ging es um Kandidaturen, ging es um Listenplätze, ging es um mögliche Posten. Und egal, mit wem wir zusammenarbeiten und auch wir alleine, ich glaube, wir müssen zuallererst erst mal klären, dass wir aus diesem Automatismus raustreten, auf Posten gehen zu wollen. Und das ist noch nicht mal böse gemeint. Das passiert jedem, der in dieses Feld gerät und der diesen Sog erfährt. Also, wir haben das in Nordrhein-Westfalen nicht mit so vielen Wählergemeinschaften, aber es gab und gibt Wählergemeinschaften und auch Einzelkandidaturen. Kaum, dass es um dieses Ding, ich könnte eventuell doch diesen Posten bekommen, war da spielerische raus, war die Idee raus, ging es eigentlich nur noch um, ich will jetzt diesen Posten bekommen. Und ich glaube, das Thema ist bei den Wählern, das ist nirgendwo wirklich gelöst. Weil in dem Moment, wo jemand in eine Position kommt, verändert sich diese Person. Und das ist das Hauptproblem auch bei allen existierenden Politikern. Ich bin überzeugt davon, dass jeder mal damit angefangen hat, weil er die Welt oder seine Region oder sonst was retten wollte und dann in diesen Sog geraten ist. Und ich persönlich würde sogar ganz weit vorne anstellen, dass wir erst mal dieses Problem in uns lösen, um geeignete, durchhaltefähige Kandidaten zu finden. Ja, danke, Dieter. Jetzt hatte sich eigentlich Fabian gemeldet, aber Meldung zurückgezogen. Wolltest du noch was sagen, Fabian, oder nicht? Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen was Persönliches noch mal sagen. Also jetzt, offensichtlich wurde ja im Vorfeld jetzt schon miteinander gesprochen. Davon haben wir ja nichts mitbekommen. Da kann ich also nichts zu sagen. Aber meine Idee war eigentlich, diese Bedenken, die Herr Fischer jetzt geäußert hat, die ich auch gut verstehen kann, ein bisschen aufzulösen, dass wir ja eben unter dem Namen Basisdemokratische Partei Deutschlands eben, den ja, denke ich, gerade auch deshalb bewusst gewählt haben, weil wir offen sein wollen. Also gerade, weil wir eben nicht, also natürlich, wenn jetzt nicht sich eine Partei, die sagt, wir möchten uns aufs Geld konzentrieren und eine andere Partei sagt, wir möchten uns auf die Familie konzentrieren, dann wird es natürlich immer einen Konflikt geben, welches Thema ist jetzt wichtiger. Aber gerade durch diese offene Konsensierung kann das ja sozusagen demokratisch jederzeit sich auch ändern. Also welchen Schwerpunkt wir haben. Und der ist dann aber wenigstens demokratisch, basisdemokratisch entstanden. Und was kann es für eine höhere Legitimation geben, als wenn eben die Mehrheit das so möchte. Auch ich muss ja sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, die Ergebnisse, bei mir war die Reaktion zuerst, na ja, war ich ein bisschen enttäuscht, weil für mich Basisdemokratie Transparenz wichtig war. Dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht war die Frage falsch formuliert oder zu ungenau. Und dann habe ich aber gemerkt, na ja, eigentlich nicht. Weil das ist eben der Wunsch von den meisten. Und den muss man akzeptieren lernen. Also anders, wenn jeder eben immer nur nach vorne prescht, dann blockieren wir uns alle nur gegenseitig. Also Fabian, erst mal vielen, vielen Dank für das, was du gesagt hast, schon in dem vorigen Gespräch. Das ist eigentlich so ziemlich unsere Meinung auch. Finde ich immer sehr gut, dieses Statement. Das hätte eigentlich von mir jetzt kommen müssen. Vielen Dank, ja. Ja, und ich finde es auch total schön, dass du das auch aufgenommen hast, dass wir letztendlich in die Zukunft gucken wollen, dass wir das Verbindende suchen. Und das ist es ja auch, was uns wirklich ausmacht. Also wir sind ja basisdemokratisch und wir suchen das, was uns verbindet. Und was Henning gesagt hat eben, wir mit dem Hirneise, da ist es ja auch so, da suchen wir mit Eltern stehen auf und Anwälte für Aufklärung und so weiter. Nach dem Verbindenden. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden nicht nur ein oder zwei Punkte finden. Wir werden unter vier, fünf, sechs Punkten, die finden, die uns allen gemeinsam am wichtigsten sind. Und deswegen gucke ich ganz positiv in die Zukunft, je nachdem, wie die Bundestagswahl läuft. Aber es gab es auch noch nie, dass die kleinen Parteien sich so stark vernetzen wollten wie jetzt. Das spricht natürlich auch dafür oder dagegen, wie schlecht es läuft politisch. Dass wir uns vereinen müssen, dass wir uns klar machen müssen, was wir wollen. Und eins ist auch klar eben, das Volk möchte mitsprechen und da werden wir alles tun, um Sprachwort zu sein. Und das ist toll, dass wir so viele Leute sind, die das unterstützen. Also da freue ich mich einfach nicht. Ja, und jetzt haben wir die Bosnien. So, jetzt habe ich meine Technik wieder im Griff. Ja, dazu möchte ich auch mal eins sagen. Also, dass wir in der nächsten Wahl nicht gleich in den Bundestag einziehen, sollte uns allen klar sein. Auch wenn das irgendwann sicherlich mal Ziel ist. Ja, Romy, das ist so. Da müssen wir mit rechnen. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, wenn es hier nicht größere Katastrophen gibt, was ich eigentlich auch nicht hoffe, aber man weiß es ja im Moment echt nicht, dass wir unter alten Parteien wieder eine Regierung bekommen. Es gibt keine Kontrolle mehr in der Judikative. Es gibt keine Opposition mehr. Es gibt keine Kontrolle in den Medien mehr. Wer kontrolliert die nächste Regierung? Das sind wir. Also die Basis und alles, was ich jetzt mal so unter Widerstand zusammenfasse. Alle kleinen Parteien, die wir haben, auch die Querdenker und wahrscheinlich noch viele Dinge, die ich auch gar nicht kenne im Moment. Wir müssen uns zusammentun und wir müssen die nächste Regierung unter Kontrolle behalten. Das mag ein bisschen martialisch klingen, aber es gibt nichts mehr in diesem Land, was kontrolliert. Und wenn die weiter so frei fliegen, wie sie das unter Corona gezeigt haben, dann habe ich Angst. Aber es gibt ja uns und wir kriegen das hin, da bin ich mir ganz sicher. Aber das dürfte die Aufgabe für die nächste Legislaturperiode für uns erst mal sein. Damit bringen wir uns in den Fokus. Da sind wir dann zwangsweise. Wie wir dann gesehen werden, müssen wir schauen. Aber dann sehe ich für die Wahl in fünf Jahren, wenn alles regulär laufen würde, durchaus auch Chancen für uns als Bündnis, als Partei, als wie auch immer. Keine Ahnung. So weit kann ich nicht gucken gerade. Ja, ich würde auch sagen, so ganz ähnlich sehe ich das auch oder sehen wir das auch. Und es ist natürlich ein großes Vorhaben, die Bundestagswahl. Und möglicherweise ist die Zeit sogar kürzer, als wir uns jetzt vorstellen können. Ich würde mich gar nicht wundern, mal so unter uns Gebetsschwestern gesprochen, wenn die Bundestagswahl vielleicht sogar noch ein bisschen früher stattfindet, als wie ursprünglich gedacht. Aber das ist noch am Rande. Aber davon ab, ich meine auch als außerparlamentarische Opposition kann man Arbeit leisten und kann man sich eben positionieren. Und das ist nicht mal das Schlechteste für den Anfang, würde ich mal sagen. Wenn wir da die Strukturen aufbauen und da uns auch bekannt machen und eben versuchen, ein Sparbrot zu werden, dann ist das schon Zweck genug, weiterzumachen und uns aufzustellen sozusagen. Bin ich vollkommen bei dir. Ja, zumal selbst wenn es gelingen sollte, ist wohl eher nur wahrscheinlich, dass man Opposition parlamentarisch ist. Und damit das auch noch nicht in die Regierung gestürzt, auch wenn es schön wäre. So, jetzt haben wir gerade keine Wortmeldung mehr. Darf ich noch kurz was sagen? Ach so, na gut, Carsten darf nur noch was sagen. Wir werden es natürlich probieren, in die Parlamente zu kommen und wir werden es auch probieren, die Regierung zu stellen. Genau, wir schaffen das. Ich glaube ganz fest, dass es hierzu auch ein Einkommen hat und so ein paar Gedanken bedarf. Vor ein paar Wochen gab es ja bei einer Demo einen Auftritt eines Kabarettisten, der eine Sendung gemacht hat und alle gesagt haben, boah, das ist cool, der spricht nun aus dem Herzen. Und dann stand er auf der Demo und sagte dann irgendwie für die anderen, für das Gegenteil. Aber ein Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Wer demokratisch sein möchte, muss Meinung aushalten. Und da mit Leuten in Gespräche zu kommen und zu versuchen, diejenigen zu verstehen, ist eine wunderschöne Idee für basisdemokratisches Denken. Und dass das ein absoluter Lernprozess ist, vielleicht für ein, zwei Sonntage, das ist uns, denke ich mal, allen klar. Das könnt ihr auch ruhig an eure Herzen mal mitgeben, an eure Bekannten. Übt da dran und wachst da dran. Und dann sehe ich einer herzlichen Weltherrschaft im Sinne von, dass wir alle was davon haben, eigentlich gar keine. Weltherrschaft. Genau. Zur Überleitung zum nächsten Thema wird man kurz aus der Marketingabteilung noch ein kleines Filmchen zeigen, was aber noch im Entwurf und Bearbeitungsstatus ist. Nur so, damit ihr mal sehen könnt, woran auch gearbeitet wird. Moment. Ich glaube, ihr seht's auch. So, ich hoffe, das funktioniert. Überall auf der Welt scheinen sich Menschen zu spalten. Während sie um das streiten, was Nachrichten, Medien ihnen vorgeben, profitieren die Mächtigen von unserer Angst. Der ständige Konflikt ist das Ergebnis etablierter Parteien, die Themen vorantreiben, die uns selber am meisten nutzen. Ist es nicht zu sein, diesen dauernden Machenkampf zu beenden und als eine Gemeinschaft zusammenzurücken, als Menschheitsfamilie, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern? Liegen die gesuchten Lösungen vielleicht weit außerhalb unseres momentanen, engen Debattenraums, weil uns lediglich Fragmente der Möglichkeiten präsentiert werden? Gibt es eine Partei, die wir in der Welt haben, den wir in der Welt die wir in der Welt haben. Das ist nicht zu sein, Vielen Dank. So, soviel dazu. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja, glaube ich, noch eine Wortmeldung von Männern, die mich an den Hamburger, die wir in Frankfurt leiten. Ich wollte nur sagen, die Bildchen waren ganz toll, aber der Ton war ab der ersten halben Minute leider weg von dem Filmchen. Ja, wir haben keinen Tonfehler bemerkt. Es wird es demnächst noch geben. In der Zeit ist es auch nur ein Konzeptstadium. Es sah sehr schön aus, es war sehr gut aus. Wir haben noch ein anderes Thema, was wir mit euch ansprechen wollten. Ihr wisst, wir sind der Gründungsvorstand und eine der Hauptaufgaben für den Gründungsvorstand ist natürlich, den ersten Bundesparteitag der Partei vorzubereiten. Wir hatten da vor einiger Zeit auch konsensiert, wann wir uns das vorstellen können, dass der realisiert wird und haben dafür das erste Quartal 2021 ausgesucht. Also irgendwann Januar, Februar oder März soll dieser erste Bundesparteitag der Basis stattfinden. Aber was wir sehr gerne hätten, wäre, dass wir schon ein analoges Treffen mit möglichst vielen Interessierten Mitte November machen, nämlich ganz konkret am 14. November. Und zwar an einem noch unbestimmten Ort, da würden wir auch von euch uns Vorschläge wünschen. Wir haben natürlich auch einige Vorschläge. Das wäre zum Beispiel eben das Schloss Buchenau, wo seinerzeit das Treffen mit dem Widerstand 2020 stattgefunden hat. Das ist in der Nähe von Fulda in Hessen, also ziemlich zentral in der Bundesrepublik gelegen. Aber es ist eben nur ein Vorschlag. Wir wollen auch euch die Möglichkeit geben, Vorschläge zu machen. Allerdings bitte immer dran denken, dass dort letztlich eine Versammlung von, ich sage mal, naja, realistisch gesagt, mindestens 100 Personen, vielleicht oder mehr, die dann aktiv kommen würden, vielleicht möglich sein sollte zumindest von den Räumlichkeiten her. Und zwar geht es darum, dass wir quasi eine Initiativveranstaltung machen wollen zur Vorbereitung des Bundesparteitages. Ganz eine wichtige Geschichte, da bräuchten wir eben aus verschiedenen Ländern Vertreter und auch Menschen, die sagen, ich habe die Energie, ich habe die Zeit, ich habe den Willen, da für die Partei mich einzubringen, damit wir das konkret planen können. Weil ein Bundesparteitag, wo letztlich mehrere hundert Personen daran teilnehmen werden, voraussichtlich ist mal nicht so eine ganz kleine Nummer und das muss schon gut geplant und gut gemacht werden. Da müssen wir verschiedene Arbeitsgruppen bilden und außerdem würden wir das eigentlich auch als gute Gelegenheit finden, euch alle mal analog zu treffen und nicht nur im Zoom, damit man sich wirklich austauschen kann. Wir haben es jetzt wieder gemerkt, wir sind deswegen, ich meine, hier sitzen wir aus verschiedenen Bundesländern, sitzen wir hier zusammen, weil es einfach analog viel besser funktioniert und viel angenehmer ist. Man lernt sich viel besser kennen. Man kann sich wesentlich präziser austauschen, als wie das in einem Zoom möglich ist. Und deswegen die Bitte, denkt darüber nach, ob ihr Mitte November die Möglichkeit habt, an sowas teilzunehmen, ob ihr die Möglichkeiten habt, eure Energie mit reinzustecken und da in der Richtung uns unterstützen könnt. Aber jetzt bitte auch gerne Wortmeldung zu diesem Thema von euch, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Einfach mal bitte raus damit. Genau. Also wie gesagt, der Ort ist nicht festgelegt. Buchendau oder Schloss Buchendau war ein Vorschlag. Es gab auch in Wirklichkeit den Hindenburg, da gäbe es eine Turnhalle, die man zur Verfügung hätte mit sehr vielen schönen, aber auch Berlin und München waren in der Überlegung, da können ruhig alle ihre Vorschläge machen, müssen auch nicht jetzt im Zoom sein. Es wird sicherlich eine Vorbereitungs-AG geben, die es organisiert, die möglicherweise dann auch dieselbe ist, die auch den Bundesparteitag organisiert, um damit schon mal Übungen zu gewinnen bei so einer Veranstaltung in der Größenordnung. Genau. Also jetzt Ziel oder erste Termin, den wir in den Blick hatten, war Samstag, der 14. November, also 15.11. Da wollte ich den Rheinland natürlich nicht beantworten. Ja, das hat er gesagt. Ja. Achso, ja. Habt ihr denn sonst noch Fragen? Also muss ja auch nicht zu dem Thema jetzt sein. Ist sonst irgendwas am Herzen? Wie, vielleicht wollt ihr uns mal erzählen, wer war denn in Berlin? Wie war euer Erlebnis zu dieser großartigen, aber doch auch durchaus gemischten Veranstaltung? Es geht um die Ersten. Alle waren begeistert, Micha. Andreas? Ja, der kann ich ganz sicher. Andrea? Genau. Andrea, du müsstest Stimmschauer weglegen, dann bist du da. Ja, da es jetzt gerade so still ist, ich aber doch etwas habe, was ich recht wichtig finde, weil es eine schöne Nachricht ist und vielleicht für die, die jetzt neu sind, auch mal interessant zu hören. Wir haben gestern die Region Nordwest-Niedersachsen gegründet mit 15 Mitgliedern, sind jetzt also nicht mehr in Gründung, sondern offiziell Basis Nordwest-Niedersachsen. Und es war ein sehr schöner Abend mit einem interessanten Zwischenfall, dass unser Gründungsmitglied Norbert Sass erst nicht rein durfte, weil dem Wirt auffiel, dass wir alle ohne Masken durchs Lokal gelaufen sind und der wohl irgendwie nach 12 oder 13 Leuten sagt, es kann nicht sein, dass wir alle von der Maskenpflicht entbunden sind und ausgerechnet den Norbert da nicht reinlassen will. Er hatte tatsächlich, der Wirt, der Chef selber hatte gesagt, als ich dann noch rausging und meinte, es ist nun mal so, da hat er gesagt, okay, wir brechen ab. Wir hatten schon alle Essen bestellt und auch schon auf dem Tisch und ein paar hatten auch schon angefangen zu essen und der Wirt wollte alles abbrechen. Während ich das den anderen mitgeteilt habe und sagte, ess nicht alles auf, dann brauchen wir auch nicht bezahlen. Der Norbert ist dann doch geschafft, dem Wirt klarzumachen, dass wenn er nicht rein darf, er eine Anzeige bekommt wegen Ungleichbehandlung, wegen Diskriminierung. Und in dem Moment wurde der Mann wieder ganz geschmeidig und hat uns hinterher sogar sehr höflich bedient und Getränke gebracht, statt dass das seine Angestellten machten, kam er dann persönlich vorbei. Also es hat sich hinterher geklärt. Aber es wird definitiv nicht unser Stammlokal werden für die Partei. Das wollte ich nur mal eben mitteilen. Also wir sind jetzt 15 Mitglieder in der Region Nordwest. Wir gratulieren, Andrea, super. Wir waren ja ab und an mal mit Telefon zugeschaltet, aber herzlichen Glückwunsch, schönen Erfolg. Danke. So, sonst noch Wortmeldungen oder Aufmerksamkeit? Ja, der Werner möchte noch was sagen. Also, ja, verständlich. Hab Geduld. Ich fände noch zwei Links rein in den Chat. Da geht es um die Petitionen, die an den Bundestag gesandt worden sind. Die zweite wird ja von euch unterstützt. Die erste hoffentlich auch. Wie gesagt, ich freue mich um jeden Unterstützer bei Open Petitionen. Petitionen sind ja keine offiziellen Petitionen. Insofern ist die Petition aber auch an den Bundestag gegangen. Nur der Bundestag lässt sich viel Zeit mit der Veröffentlichung. Und meistens werden Petitionen gar nicht veröffentlicht. Da habe ich inzwischen schon so meine Erfahrungen gemacht. Aber immerhin, zwei Petitionen von mir haben zum Erfolg geführt und eine Änderung des Bundeswahlgesetzes. Also, ich stelle sie mal rein. Ja, gerne. Ich stelle sie einfach rein. Und dann nehmen wir jetzt erst mal die Barbara. So, hallo. Hört ihr mich? Ja, bist du da. Ja, hallo. Ja, ich bin die Barbara Riesner. Ich wohne nur im Kreis Günzburg. Also, ich bin jetzt gerade gar nicht so weit weg von euch. Also, bayerischer Teil von Schwaben. Und ich hätte jetzt mal ein ganz anderes Thema. Und zwar, wir haben so wahnsinnig viele Telegram-Gruppen. Und dann haben wir unser Forum und dann haben wir jetzt auch noch einen Chat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch noch einen Job. Ich kann das gar nicht mehr alles lesen. Und es befordert mich total. Ich finde es zwar super spannend. Ich möchte auch gerne dabei bleiben und mich auch gerne einbringen. Aber wenn wir so, ich sage mal, ein bisschen unstrukturiert sind, fällt es dann halt auch schwer. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt jemand, ich sage mal, werbe, wo schicke ich den denn eigentlich hin? Ja, nur eine E-Mail-Adresse weitergeben, ist ja auch ein bisschen unversöhnlich. Und ja, ich darf am Sonntag ein paar Worte in Illertissen sprechen. Wird keine große Veranstaltung sein. Aber ich werde mich dann mächtig ins Zeug legen und ordentlich Werbung für uns machen. Danke. Und ja, da ist dann halt eben ein Anlieg, wo schicke ich die Leute hin? Ja, ich kann ja schon sagen, okay, meldet ihr euch bei mir. Aber letztendlich müssen wir uns ja mal irgendwo vernünftig verknüpfen. Und wie gesagt, die Telegram-Gruppen, gerade die offenen, die Diskussionen gefallen mir ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Sie sind teilweise dann doch rüppelhaft. Ja, und ich möchte schon ganz gern mit Leuten, die wirklich an der Basis Demokratie interessiert sind, zusammenarbeiten. Das war so meinst du, danke. Ja, absolut. Das ist natürlich ein Punkt, aber da sagt Carsten gern was zu. Ja, also was ich gemerkt habe, auch Telegram-Gruppen sind wirklich nicht besonders gut dazu geeignet, Diskussionen zu führen. Also das ist so mehr für so schnelle Nachrichten, die man sich mal so gibt. Diskussionsrunden kann man schon relativ gut über ein Forum machen, weil erstmal kann man nachlesen. Die sind nicht, die verschwinden einfach nicht, die Nachrichten. Man kann da drin gut suchen, aber also Zoom ist erstmal schon ein sehr gutes Element oder ähnliche Programme, wo man sich schon mal visuell sieht und miteinander reden kann. Und das Allerbeste ist einfach, sich direkt zu treffen. Wirklich, da kann man am besten tun. Das kann man auch mit AGs machen. Also in Berlin geht es nämlich gut. Auf dem Land ist natürlich alles wenig schwieriger. Ja, ist mir völlig klar, da ist wohl der Zoom denn doch so oder ähnliche Programme denn doch so das Bessere, weil das kann man gar nicht bezahlen wahrscheinlich, wenn man da hin und her fährt alle paar Tage. Also ja, ansonsten haben wir schon vor, diese ganze Koordinierung dieser ganzen AGs besser vorzunehmen. Wir haben auch vor natürlich ein bisschen mehr, gerade in letzter Zeit sind, ich sag mal so, wir ziemlich im Fokus gekommen, so von verschiedenen Organisationen, die jetzt bei uns versuchen mit Trolle mitzumischen und sonst was in unsere Kanäle reinposten. Gerade so jetzt nach dem Wochenende ist das aufgefallen, dass das erheblich mehr geworden ist. Da versuchen wir jetzt so nach und nach vorzugehen, dadurch, dass wir teilweise nachtmodisch einschalten, wo wir keine Admins haben, die das kontrollieren können. Wir sind natürlich auch angehalten und das vergisst man vielleicht manchmal auch so ein bisschen den liebevollen Umgang zu pflegen auf den Kanälen. Also sich natürlich nicht so anzufahren und das irgendwie ein bisschen in Augenhöhe auch zu behalten, wenn man miteinander redet. Ja, viel mehr gibt es dazu jetzt im Moment doch noch zu sagen. Ich wollte ganz konkret, weil ich bin ja auch aus Bayern, wie du weißt, Barbara. Und du hast ja mitgekriegt, der Landesverband Bayern ist ja schon gegründet und da ist ja der Ansatz jetzt gewesen, dass sich die zwölf Ministerien in Arbeitsgruppen abbilden sollen. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich für alle zwölf Ministerien, das sind Themenfelder der Ministerien, entsprechende Initiatoren, die diese Arbeitsgruppen ins Leben rufen. Und das ist natürlich auch die Möglichkeit, sich dann eben analog mit Menschen, die in der Basis mitwirken wollen und eben in bestimmten Themenfeldern sich engagieren wollen. Ich würde dich einfach bitten, da, ja, natürlich, könnte der Clemens auch was dazu sagen. Ich sehe ihn ja gerade. Hallo Clemens, du bist ja, ich habe dich noch gar nicht richtig wahrgenommen. Du wärst der Richtige eigentlich, um gleich mal der Barbara noch mal kurz zu antworten. Ja, da unten. Das ist ja unscharf, oder habe ich... Ja, da musst du anklicken. Ah ja. Okay. Okay, angeklickt. Ich habe schon länger meine Hand gehoben. Hallo zusammen zunächst mal. Direkt an die Barbara als Co-Vorsitzender des Landesverbandes Bayern kann ich dir sagen, dass wir als Anlaufstelle eine Homepage haben. Die basis-bayern.de Auf der Homepage findest du auch die bereits initiierten 13 genannten Arbeitsgruppen und wir haben auch spezielle Telegram-Kanäle, die basis-bayern-für-Mitglieder und die basis-bayern-funkt. Also wir sind in Bayern da eigentlich schon ziemlich weit, dass wir Strukturen geschaffen haben. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz unterbreche, das ist ja eben mein Thema. Ich bin ja da schon drin in diesen ganzen Gruppen und ich kann es halt nicht mehr alles lesen. Deswegen fände ich es schon schön, wenn man irgendwo mal ein bisschen Struktur reinbringt, weil jetzt zum Beispiel jetzt die anderen Bundesländer uns Bayern ja insofern wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, unter Umständen, aber die Gespräche ja schon auch interessant sein könnten. Wir haben ja erst das Thema T-Shirt gehabt. Ja, und jetzt fange ich mir in Bayern wieder an, unsere T-Shirts zu generieren, wäre ja aber vielleicht auch eine Bundessache. Also nur so jetzt, um zu verstehen, auf was ich hinaus möchte. Also was wir von Bayern aus natürlich machen können, ist, dass wir Strukturen schaffen, aber wir können natürlich nicht verhindern, dass andere bestehende Telegram-Kanäle bedient werden. Da sind wir nicht Admin, das sind private Kanäle. Und es soll ja auch sozusagen von der Basis, also von den Landesverbänden, dann ein Programm nach oben getragen werden als Bundesprogramm schlussendlich. Also wir erarbeiten die Themen in den Bundesländern und geben es nach oben. Genau, umgekehrt, kurz bevor Herr Helke dran ist, nochmal kurz. Das ist der gleiche Punkt, den wir hier haben mit der Strukturierung der AGs, dass die auch bundesweit arbeiten. Also es gibt natürlich in manchen Bundesländern dieselbe AG mehrfach. Und das ist natürlich wenig sinnvoll, dass dann, Anführungsstrichen, zweimal das Rad neu erfunden wird und beide am gleichen arbeiten. Aber das zu strukturieren, dass die dann gemeinsam auch mitreden. Klar, es gibt die separaten Teile, aber es gibt auch viele Themen, sei es Gesundheitspolitik, sei es Tierschutz, die natürlich bundesweit gelten. Und da ist es schon unser Anliegen, dass das strukturiert auch eine Gruppe für den ganzen Bund daran arbeitet oder die Bundesländer untereinander miteinander, ohne dass jetzt irgendwie wir tatsächlich als Vorstand da den Finger mit drin haben, sondern gar nicht, sondern dass die AGs sich einfach von alleine finden. Aber um das zu koordinieren, da sind wir, wie gesagt, dran, die Koordination insgesamt zu verbessern. Und das sehen wir auch als Sprachpunkt bisher noch an. Das hat noch nicht ganz gelungen. Dazu will sich jetzt Dieter, obwohl eigentlich, ne, Dieter dann, aber die Helge danach jetzt. Aber nochmal einmal kurz, Dieter, die ja noch was sein will. Ja, wir sind ja auch dabei, dass wir versuchen, das Forum zu etablieren. Wir haben WeChange und es gibt noch die Idee, dass wir auf MetaMost umziehen für diese normalen Gespräche. Also das sind alles Sachen, die jetzt kommen werden, weil das, was ihr alle ja erkannt habt, haben wir auch schon erkannt. Wir haben nur noch nicht so schnell die Lösungen dafür da. Aber es gibt halt schon relativ viel, was in Planung ist. Das Problem ist aber auch, dass wir alle zu bequem sind, wirklich mal den Strich zu ziehen und zu sagen, jetzt gehen wir ins Forum. Weil das Forum haben wir, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen angeboten. Und es ist sehr schwer, aus dieser Bequemlichkeit, die eben auch Telegram mitbringt, sich da eben zu verabschieden und in die Bereiche zu gehen, wo das echte Arbeiten dann auch auf uns wartet. So, danke, Editha. Und jetzt kommen wir endlich zu Helgert, die man wirklich lange warten musste. So, bin ich jetzt bei euch? Ja, das bist du wunderbar. Hallöchen, moin moin aus dem Norden. Ja, das eine, was eben schon angesprochen wurde, die Vielzahl an Telegram-Gruppen. Gut, klar, wenn man sich für alles interessiert, dann wird man sich tendenziell verhasteln. Ich glaube, da muss man sich dann leider eben doch ein wenig auf spezielle Themen konzentrieren. Aber das nur so am Rande. Was mir noch so durch den Kopf ging bei der Durchsicht meiner Telegram-Gruppen, ich habe hier die Basis funkt und Umfragen, ob man nicht sowas zusammenfassen könnte. Umfragen ist mir sowieso ein wenig suspekt, wie da die Umfragethemen, Fragestellungen zustande kommen. Teilweise sind die ein wenig, ja, gewöhnungsbedürftig, will ich jetzt nicht sagen. Umfragen, ja, am Thema vorbei vielleicht ein wenig. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, wo da die Fragen überhaupt herkommen und was die Zielrichtung ist. Entschuldigung, kurze Nachfrage, meinst du damit die Acceptify-Umfrage? Nein, 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 Umfragen habe ich hier auch ein. Da ging es zum Beispiel darum, jetzt, wer nach München kommt, wie schreibt man die Homepage-Adresse, die Basis und Ähnliches kam da. Ich sage mal ganz kurz, wir kennen diesen Kanal ja. Also das ist kein offizieller Kanal von der Basis. Den haben wir nicht angerichtet. Das hat irgendjemand privat gemacht. Also du kannst ja auch einfach einen Kanal oder einen Chat aufmachen, den du die Basis-Umfragen nennst. Ja, und dann könnte man denken, das wäre ein offizieller Kanal und den kann man auch so ähnlich betreiben. Aber da hat irgendjemand sich unterschiedliche Sachen ausgedacht und die sind wohl für wenige sehr wichtig. Und die eine oder andere Umfrage, schafft es dann vielleicht mal etwas weitere Kreise zu ziehen. Aber letzten Endes ist das nicht was mit uns. Also du könntest aus dem Kanal austreten, das wäre jetzt nicht so wichtig. Hättest du schon mal eine Gruppe weniger. Perfekt. Sehr schön. Ja, das ist mit auch der Beschuldung, dass eine Übersichtlichkeit fehlt und deswegen auch so ein Kanal sich reinschummeln kann. Genau. Ich weiß auch nicht, wo ich die Adresse her hatte. Irgendwann ist die ja auch zu mir gelangt, aber egal. Anderes Thema nochmal. Umfrageergebnis. Wie steht, stellt sich die Basis zum Thema Demos? Da habe ich irgendwie noch kein Ergebnis von gesichtet. Okay, ich kann mal versuchen, das gleich zur Verfügung zu stellen. Aber da gibt es ein Ergebnis. Ich mache es mal kurz fertig, aber so lange würde ich mir dann nochmal kurz rannehmen. Ich würde nur nochmal kurz zu dem sagen, was Edith da vorhin gesagt hat, zu dem Forum oder den anderen Sachen, die es schon gibt. Ja, es ist nicht für jeden perfekt, aber wenn jetzt hier von, vorhin waren es 40, jetzt sind es noch 34, wenn da einfach mal alle das, was es schon gibt, nutzen würden und einfach mal ihre Ideen einbringen würden, dann wäre man vielleicht sogar schon ein ganzes Stück weiter und würde auch mehr wissen, wie die anderen so ticken, was sie für Vorstellungen haben, weil eben über das Telegram funktioniert es so nicht. und über ein Forum oder von mir aus 100 Heath oder was auch immer, was es halt schon gibt, einfach mal nutzen, einfach mal hingehen und nicht nur die zehn Sachen lesen, die da sind, sondern einfach mal die eigenen Sachen einstellen und zu Papier bringen und einfach gucken, was dann daraus passiert. Wenn alle mitmachen, ist es schnell voll. Ja, hast bestimmt recht, Training versucht gerade jetzt hier die Technik bereitzustellen für die vorhergehende Frage, aber ja, hast recht, wenn die Leute sich da engagieren, ist es sich auf jeden Fall immer gut. Jetzt kommt gleich was. Aber Melanie, ich finde auch, also du hast völlig recht, es ist wichtig, dass wir uns da auch manchmal eben zusammennehmen und einfach ein bisschen Disziplin an den Tag legen und sagen, okay, wir versuchen es jetzt und wenn das viele gleichzeitig machen, dann kommt auch schneller ein Ergebnis und man bekommt eben genau das, was wir wollen, Basisdemokratie. Wenn 100 Leute etwas machen, ist es natürlich viel besseres Ergebnis, als wenn es nur drei machen. Und von daher gebe ich dir total recht mit dem kleinen Appell an uns alle, sich manchmal da eben sozusagen zu engagieren und zu sagen, komm, ich probiere es einfach mal aus. Und da sind wir halt alle ein bisschen konservativ, jetzt haben wir uns bei Telegram eingeschossen und jetzt müssen wir uns halt auch nochmal auf zwei, drei andere Dinge neu einlassen. Und dann macht die IT auch noch viel dazu und dann denke ich mal, werden wir in wenigen Wochen gute weitere Sachen etablieren. Genau. Und ich hoffe, man sieht jetzt die Einblendung des Ergebnisses der Umfrage zur Demo-Teilnahme. Und wir sehen im Kern, dass praktisch alle oberen Punkte, die 80 oder um die 80 Prozent Zustimmung hatten, im Kern waren, wir sollen an Demos teilnehmen, auch als Partei. Wir können mal die Gegenfrage machen, nicht ist Demos, kosten zu viel Zeit, keine Teilnahme und so weiter. Also die Abstimmung hat ganz klar ergeben, dass es eine circa 80 Prozentige Zustimmung zu Demos gibt und eine umgekehrt circa 20 Prozentige Zustimmung, nur keine Demos zu machen. Also relativ eindeutig und daran orientieren wir uns. Natürlich war das noch ein alter Zeitpunkt. Das war ja vor der letzten Großveranstaltung, die sicherlich auch nochmal ein bisschen die Karten anders verteilt hat. Mit dem Wissen der letzten Demo wird die Abstimmung vielleicht nicht mehr exakt gleich ablaufen. Deswegen berücksichtigen wir uns das natürlich auch für zukünftige Veranstaltungen. Wir nehmen nicht einfach wahllos jetzt an jeder Demo-Teil, sondern an welcher Schule kann Frank sicherlich nochmal was zu sagen. Ja, also wir sind, natürlich gibt es ja jetzt, ihr wisst ja, dass die kommenden Wochenenden der eine Veranstaltung nach der anderen mehr und weniger ist. Am 12. ist in München eine Querdenken-Demo. Wenn ich mich richtig erinnere, am 3. Oktober ist Konstanz eine größere Veranstaltung von Querdenken. Wir sind aber auch in der Basis und wir überlegen, ob wir mal zusammen mit Querdenken eine gemeinsame Demonstration machen. Vielleicht in München, vielleicht auch in einer anderen Stadt. Das ist in der Planung oder zumindest mal in der Vorbesprechung, weil das Ergebnis eben relativ eindeutig war, dass die Basis sich durchaus auch bei Demonstrationen einbringen soll und engagieren soll. Und im Prinzip sind wir ja, ich sag mal, zwar nicht mit allem einverstanden, was verschiedene Redner auf Berlin oder in Berlin auf der Veranstaltung gesagt haben. Da gab es eben einige Forderungen, die mehr die Meinung des persönlichen Redners, glaube ich, wiedergegeben hat, als die Meinung der kompletten Bewegung. Aber grundsätzlich ist natürlich Querdenken eine sehr große Bürgerbewegung. Und wir fühlen uns eigentlich auch als Teil davon ein Stück weit. Und insofern ist da vielleicht eine Kooperation mit der einen oder anderen Demonstration durchaus sinnvoll. Aber auch das werden wir vielleicht nochmal zur Diskussion stellen und abstimmen. Also es sind nur so Gedankenspiele, die wir momentan auch uns an diesem Wochenende damit beschäftigt haben. Ich dachte jetzt auch nochmal was. Nein, das war lauf genug. Also am 1.8. und am 29.8. waren wir auch bei Ruf der Trommeln bei. Das ist der Umzug. Das ist eigentlich eine zweite Demo, die parallel zur Querdenken-Demo geht und eigentlich in die Querdenken-Demo einfließt. Das ist der Umzug gewesen. Da waren wir ja auch aktiv mit dabei bei der Organisation und bei der Durchführung. Und das werden wir auch weiter so handhaben, denke ich, wenn niemand was dagegen hat in der Basis. Das war's. Also wer Instagram hat, bitte sucht die Basis und folgt der Basis. Da wird auch öfter mal auf den Demos live gegangen. Da sind auch ein paar Videos genau gerade von dieser Trommelszene. Die Bogen. Das wäre super, wenn ihr diese Videos teilen würdet und dann in eure Story stellt, weil wir brauchen einfach Leute, die außerhalb unserer Flase auch die Sachen teilen. Also gerne mal nochmal weitergeben und die Basis suchen bei Instagram. Und hier folgt gleich ein Video. Was der? Nein, 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 das ist das gute. Das ist ein Video. Ach, da. Nee, das ist noch mal was anderes. Das war's weiter. Ja, ja, ja. Da ist auf jeden Fall. Das hat da oben sein. Da ist der? Perspektive. Ja, bei mir, ja. Ja, bei mir, ja. Ja, bei mir, ja. Ja, bei mir, ja. Dann hast du noch auf den Play drücken. Nee, nee, die anderen sehen es ja nicht. Also, eine Sekunde. Einige Technik. Wir wollten euch jetzt gleich mal Impressionen nochmal, ich weiß nicht, wer bei euch dabei war, bei diesem Umzug, wo der Carsten gerade gesprochen hat, so hat das dann ausgesehen ein Stück weit. Die Beutung der Fahne. Mhm. Da ist noch ein Video drin, wo sie direkt kommen oder das sehen können. Ja, habe ich auch. Ich auch. So, hier können wir auch ein anderes Video zeigen. Ja, ja. Hat noch jemand Fragen? So, im Prinzip sind wir auch nahe 22 Uhr schon, also wenn es keine Fragen mehr bestehen, wäre es das für dieses Mal auch gewesen. Geplant ist, dass wir weiterhin jeden ersten Sonntag dann im Monat so ein offenes Treffen mit allen Stellen haben, wie heute. Und die übrigen Sonntage sind unsere Vorstandssitzungen genauso offen. Das heißt, jeder kann zuschauen, aber eben da wird es dann vermutlich je nach Beteiligung keine Einzelfragerunde geben können, sondern wir werden einfach unsere Tagesordnung abhandeln. Und man kann zuschauen und je nach Beteiligung sicher auch mal einen Kommentar abgeben. Und ja, ihr könnt eben sehen, wie wir dann an vollen Strichen arbeiten und hoffentlich konstruktiv und harmonisch. Und ja, also erster Sonntag im Monat immer so wie heute. Jeder kann Fragen stellen, wir behandeln aktuelle Themen, was gerade ansteht. Alle weiteren Sonntage könnt ihr live teilnehmen, wenn wir eine ganz normale Sitzung haben. Da sitzen natürlich alle von uns zu Hause, leider meistens nicht auf einer Couch. Ja, aber seid da auch herzlich willkommen zuzuschauen und wenn ihr irgendwelche Einfälle haben, dann natürlich auch einbringen. Genau, nur das ist nicht der hinterher Schwerpunkt. Jetzt nochmal letzte Chance, ansonsten würden wir für heute euch dann in den wohlverliebten Feierabend entlassen. Prima, dann vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder und noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, super Dankeschön an alle. Ja, war wirklich spitze. Vielen Dank. Vielen Dank.